Herzlich willkommen zur Lage der Nation, die Ausgabe vom 17. Mai 2019 mit der laufenden Nummer 142. Wie immer am Mikrofon bin ich, Philipp Anse und Ulf Burmeier. Hallo, ich bin Jurist aus Berlin und auch von meiner Seite herzlich willkommen zu unserer aktuellen Zusammenfassung des politischen Geschehens in Deutschland und der Welt. Wie immer am Anfang ein paar ganz kurze Hausmitteilungen. Dieses Mal wieder die Einladung zur Lage live in Konstanz. So langsam oder aber sicher steht sie vor der Tür, nämlich am nächsten Samstag, den 25. Mai, steigt sie abends um acht im Bodenseeforum in Konstanz. Viele Tickets sind schon weg, aber ein paar sind noch zu haben. Klickt euch eins, wenn ihr Lust habt, auf lage.live. Wir freuen uns sehr. Lage auf der Bühne, hinterher Fragerunde und vor allem noch gemeinsames Bierchen trinken, ein bisschen schnacken, was euch gefällt an der Lage und was wir besser machen können. Und auf geht's nach Konstanz. Ja und damit kommen wir zu unserem Thema der Woche, die E-Scooter kommen. Bald sollen auch auf deutschen Straßen Roller mit Elektroantrieb unterwegs sein. Was es damit auf sich hat und was dafür und dagegen spricht und was man noch so beachten muss, dazu mehr nach einer kurzen Unterbrechung. Die Frist für die Abgabe eurer Steuererklärung, die liegt ja seit diesem Jahr bei Ende Juli. Und vielleicht habt ihr, wie so manch andere auch, keine Zeit oder auch keine Lust, eure Steuern selber zu machen. Und das müsst ihr ja auch nicht, das wisst ihr ja. Die könnt eure Steuern nämlich einfach machen lassen von der Vereinigten Lohnsteuerhilfe, der VLH. Die VLH gibt es schon seit über 45 Jahren und ist Deutschlands größter Lohnsteuerhilfeverein mit mittlerweile einer Million Mitgliedern, 3000 Beratungsstellen bundesweit und dann auch eine davon in eurer Nähe. Und die VLH ist somit eine prima Alternative, nämlich zum Steuerberater, wenn es um eure Einkommenssteuererklärung geht. Denn die Kosten für die VLH sind sozial gestaffelt und von eurem Einkommen abhängig. Ihr müsst nur Mitglied werden. Und die Aufnahmegebühr von 10 Euro, die wird Lagehörern und Hörerinnen erlassen, wenn ihr bis Ende des Jahres, bis zum 31.12. einen Beratungstermin vereinbart, bei dieser Beratung dann Mitglied werdet und das Codewort Podcast fallen lasst. Und weil die VLH gerade feiert, dass sie schon eine Million Mitglieder hat, könnt ihr auch etwas gewinnen, nämlich satte 2019 Euro. Wie das geht und was ihr dafür tun müsst, das findet ihr unter dankevlh.de. Also mitmachen lohnt sich diesmal doppelt als Mitglied der VLH und beim Gewinnspiel 2019 Euro gewinnen. Danke vlh.de. Werbung. Ja, und da sind wir wieder und in dieser Woche, wie versprochen, mit unserem ersten Thema, den sogenannten Elektro-Kleinstfahrzeugen. Elektrische Tretroller, also E-Scooter ohne Sitz, mit einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 20 Stundenkilometern, dürfen künftig höchstwahrscheinlich im Straßenverkehr fahren. Denn der Bundesrat hat heute einer Verordnung der Bundesregierung unter Auflagen zugestimmt. Philipp, was hat es denn damit auf sich? Ja, also das ist ja jetzt seit drei Jahren eigentlich in der Diskussion, weil vor drei Jahren die EU, das den Nationalstaaten freigestellt hat, diese Elektro-Kleinstfahrzeuge zu regeln. Und seit drei Jahren hier rumdiskutiert, weil es dafür eben diese Verordnung braucht. Und die hat das Bundesverkehrsministerium geschrieben und der Bundesrat hat sie jetzt im Kern abgenickt, aber noch ein paar Änderungen reingefordert sozusagen. Und wir haben mal beim Bundesverkehrsministerium angefragt, ob das denn jetzt auch so durchgeht, ob das Ministerium diese Änderungen akzeptiert. Und da sagt das Ministerium, ja, gern akzeptieren wir. Und diese neue und dann gültige Verordnung soll sozusagen im Juni veröffentlicht werden und in Kraft treten. Und dann gilt eben folgendes, also es geht dabei nur um E-Scooter. Also keine Hoverboards oder keine Skateboards mit Elektroantrieb, sondern nur um diese E-Scooter. Du was sagst, ich rede Roller. Genau, das müssen wir glaube ich so ein bisschen erklären. Also ich kenne als Roller, kenne ich diese kleinen Dinger, schmales Brettchen, zwei Räder und einen Lenker. Meistens so ein bisschen klapperig und ein typisches Kinderspielzeug. Wo ich jetzt in den letzten Jahren dazugekommen, sind ja so etwas modernere Roller, die so meist aus Alu gefertigt waren, ein bisschen stabiler. Die waren schon so ein bisschen so ein Lifestyle-Ding. Aber jetzt hat man da anscheinend auch einen Motor dran gebaut. Genau, also das ist immer so eine Begriffsverwirrung, weil unter Scooter häufig diese Vespa-artigen Motorräder verstanden. Das ist aber nicht damit gemeint, sondern hier geht es um so eine Art diese Tretroller, die mit einem Brett, Längsstange und du hast sie halt lange mit dem Fuß vorangetrieben. Und jetzt ist halt ein Elektromotor drin und nur um die geht es und nicht um Skateboards oder Hoverboards, die auch noch mit Elektromotoren sind. Und die sehen aus wie ein überdimensionaler Tretroller. Genau, nicht wie eine Vespa, sondern wie dieser Tretroller, gibt es mit verschiedenen Radgrößen etc. Da ist halt festgelegt, Höchstgeschwindigkeit ist 20 kmh maximal, es müssen halt zwei Bremsen da sein, die wirken, es muss eine Beleuchtung da sein, seitliche Reflektoren und es muss eine Zitat helltönende Glocke da sein, damit man halt klingeln kann. Also kein Nebelhorn. Kein Nebelhorn, auch nicht zu dunkel klingt. Also der Raddurchmesser ist egal, das haben so ein paar Fachleute kritisiert, weil sie sagen, das ist schon nicht ganz irrelevant, wie groß dieser Raddurchmesser ist, so was Unverläufigkeit und sowas angeht. Kein Führerschein ist notwendig, Mindestalter, das hat der Bundesrat jetzt auch durchgesetzt, 14 Jahre, es waren mal so 15, einige wollten 12, 14 Jahre für alle Modelle. Egal welches Modell, wie schnell 14 Jahre musste sein, keine Helmpflicht, Haftpflichtversicherung in Pflicht und die muss auch mit so einem Sticker hinten am Roller ersichtlich gemacht werden. Also ein bisschen wie beim Moped eigentlich, du brauchst eine Art Versicherungskennzeichen. Genau, du brauchst ein Versicherungskennzeichen, dann wäre natürlich sexy, wenn man das Ding in Bus und Bahn mitnehmen könnte, das kann das Ministerium wohl aber nicht entscheiden, sondern das müssen halt die jeweiligen Verkehrsunternehmen in den Kommunen entscheiden, ob sie das mitnehmen oder nicht. Und das ist das jetzt entscheidende, das ist sozusagen die Neuerung, die entscheidende Neuerung, die der Bundesrat jetzt noch durchgesetzt hat, die Dinger dürfen nicht auf Gehwegen, nur auf Radwegen gefahren werden. Oder auf der Straße. Oder auf der Straße, wenn kein Radweg vorhanden ist. Also Normalfall auf dem Radweg, wenn kein Radweg, dann Straße, aber auf gar keinen Fall Bürgersteig. So sieht es aus. Genau, und das Verkehrsministerium hatte erst, oder Scheuer hatte erst gesagt, die Dinger können bis zu einer Geschwindigkeit auch auf dem Gehweg fahren, das ist jetzt raus. Genau, es gibt noch so ein paar Sachen, die da auch geregelt werden, also diese Kleinstfahrzeuge, diese Roller, die sollen halt hintereinander fahren und nicht nebeneinander. Ein Anhänger ist nicht erlaubt, freihängiges Fahren ist nicht erlaubt, Alkohol ist, wie beim Auto, 0,5 Promille und Fahnenfänger dürfen gar keinen Alkohol trinken. Okay, das sind also Leute, die einen Führerschein haben, aber noch in der Probezeit sind, oder wer sind Fahnenfänger? Das verstehe ich so, ja. Ja, okay. Ja, und das heißt also, das Verkehrsministerium hat was vorgeschlagen, der Bundesrat hat noch so ein bisschen nachgeschärft, Stichwort Bürgersteige. Und was bedeutet das denn jetzt? Also das Verkehrsministerium will das nachvollziehen, will also diese Einwände des Bundesrats umsetzen und dann ist die Verordnung durch. Genau, dann muss das Kabinett noch abstimmen, aber das ist eine Formsache wohl und dann wird das veröffentlicht und dann gilt es und das soll laut Bundesministerium in der Mail an uns im Juni dann passieren. Es gab noch, das war ein bisschen verwirrend, ich habe da beim Bundesrat nochmal angerufen, es gab noch in der Meldung, dass der Bundesrat auch noch eine Entschließung verabschiedet hat, das ist aber eher informell, sondern das ist eher so ein Hinweis, der keine Gesetzeskraft hat. Und diese Entschließung lautet dahingehend, dass die Bundesregierung, das Verkehrsministerium, die hatten auch mal überlegt, Hoverboards und Skateboards angetriebene, also diese Kleinstfahrzeuge ohne Längsstange zuzulassen. Und da hat der Bundesrat gesagt, präventiv sozusagen in dieser Entschließung, also wir wissen, ihr plant das, aber wir sind dagegen. Was sind denn Hoverboards? Na, das sind so, also Skateboards ist ja sozusagen in Längsrichtung, fährst du gerade aus, zwei Räder vorne, zwei Räder hinten und Hoverboards sind, da stehst du quasi mit den Füßen wie so ein Segway in klein, aber ohne Lenk. Ohne Stange. Ohne Stange. Das heißt, du stehst im Grunde, sieht so ein bisschen wahrscheinlich aus wie so ein Staubsaugerroboter, so ein Ding. Ein bisschen, du stehst auf diesen zwei Rädern letztlich und kannst mit Gewichtsverlagerung vorfahren. Ah, hab ich glaube ich auch schon mal irgendwo gesehen. Ist ja schon krass, was ich jetzt so an modernen Verkehrsmitteln so durchsetze, aber da sagt der Bundesrat, also jetzt reicht's auch ein. Das wollen wir nicht, das ist zu gefährlich, Punkt. So, das war noch so eine Hoffnung, die viele halt gedacht hatten, gerade aus diesem Nordbereich auch, ja, da können wir unsere ganzen, diese ganzen Elektromobile dann durch die Stadt fahren. Das gilt jetzt hier nur für diese Tretroller. So, jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, was bedeutet denn das jetzt eigentlich zunächst mal für unsere Städte und fangen wir mal an mit dem Thema Verkehrswende. Wir haben ja schon ganz häufig in der Lage darüber gesprochen, unsere bisherigen Mobilitätsformen werden so auf Dauer nicht mehr funktionieren. Es sind einfach viel zu viele Autos in den Städten. Wir brauchen mehr Alternativen zum individuellen Nahverkehr. Ist denn da jetzt der Roller die Lösung? Also man könnte natürlich überlegen, dass man vielleicht die ein oder andere kürzere Autofahrt durch so eine Rollerfahrt ersetzen kann. Absolut, also ich glaube, also ich glaube, es ist schwer vorherzusagen, für was dieser Roller oder diese Roller genau eingesetzt werden. Im Idealfall, klar, ersetzen sie kürzere Autofahrten, vielleicht ersetzen sie aber auch Fußwege, dass die Leute einfach sagen, wieso soll ich das zu Fuß gehen, ich habe doch mal einen Roller. Oder sie lassen sagen, warum soll ich mit dem Fahrrad fahren, ich habe doch mal einen Roller. Also so kenne ich das von größeren Kongressen, dass Leute sich da teilweise Roller mitbringen, also Tretroller ohne Antrieb und dann einfach mit dem Roller durch die Messehallen düsen. Gerade so zum Beispiel auf dem C3 hier, dem Kongress vom Chaos Computer Club, war das jetzt im letzten Dezember so quasi so das Hipster-Accessoire. Wer was auf sich hielt, hat den Roller dabei. Genau, also obwohl diese Nutzung, also was da durch Elektroroller ersetzt wird, ein bisschen offen ist, würde ich sagen, es ist trotzdem ein ganz wichtiger Baustein für so eine Verkehrswende, für so weniger Auto in der Stadt, mehr öffentlicher Nahverkehr, weniger Emotionen. Da sind diese Kleinstfahrzeuge ein wichtiger Baustein und ich finde es gut, dass es jetzt mal möglich ist, die zuzulassen, legal zu kaufen konnte man eh, aber auch dann mit auf der Straße zu fahren. Ja, also ich finde jedenfalls auch, dass diese Regelung, die jetzt getroffen wurde, erstmal ein ganz sinnvoller Kompromiss ist, um erste Erfahrungen zu sammeln. Also ich persönlich hätte ja eine Helmpflicht, eine sehr sinnvolle Maßnahme gefunden, aber gut, das ist jetzt erstmal nicht dabei, das muss man dann einfach beobachten, wie viele Unfälle es damit gibt. Aus meiner Sicht ein ganz zentraler Baustein ist noch die Frage, ob man diese Elektroroller jetzt mitnehmen darf in die S-Bahn oder in die U-Bahn, den mal ganz ehrlich wichtig sind, damit die Verkehrswende klappt, damit Leute eben das Auto stehen lassen. Ist ja auch gerade die Möglichkeit, bestimmte Verkehrsmittel zu kombinieren. Wenn du halt einfach von daheim mit dem Roller in ein paar Minuten zur S-Bahn düsen kannst, dann mit der S-Bahn in die Stadt zum Beispiel und dann wieder fünf Minuten rollern, statt eine Viertelstunde laufen, dann ist das einfach eine Alternative. Und da merkt man einfach, wie wichtig das sein kann und das hängt jetzt glaube ich an den Verkehrsunternehmen, denn das Problem ist ja, dass die Fahrradmitnahmen fast überall in Deutschland nicht erlauben und teilweise gibt es sogar Strafen dafür und das ist natürlich ein riesen Problem. Du kannst doch eine BVG in der S-Bahn, kannst du ja fahren mit, musst du extra zahlen. Ja, musst du extra zahlen, aber das machen die meisten Leute nicht, weißt du, hast du eine Monatskarte, hast du halt für dich selber, da müsstest du aber noch eine Extrakarte lösen fürs Fahrrad, das nervt schon mal total. Und außerdem ist es natürlich auch manchmal einfach voll, manchmal muss man sagen, kannst du auch dein Rad schon aus Platzgründen nicht mehr mitnehmen in die S-Bahn. Und insofern denke ich, sind diese E-Roller, die ja nur unwesentlich Platz brauchen, also nicht mehr als eine Handtasche. Ja, da gibt es unterschiedliche Modelle, also wenn man so die ganz kleinen hat, sicherlich mit den kleinen Rädern, aber da gibt es auch ganz schöne Trumms. Also da hast du dann so ein Rad, weißt du, so dicker Reifen, richtig solide, ein paar Akkus drunter. Groß wie ein großer Teller. Ja, also die sind ja nicht so groß wie ein Fahrrad, aber das ist jetzt auch nicht so ein kleiner Klapproller, den du dir in die Handtasche stecken kannst. Okay, aber trotzdem würde ich, wäre das also an dieser Stelle mein deutlicher Appell an die Verkehrsunternehmen, also bitte fangt jetzt nicht an wieder mit eigenen Tickets für Roller, sondern lasst die Leute die Roller mal mitnehmen. Und wenn das dann wirklich ein Problem gibt, dann kann man nochmal darüber reden, ob man da irgendwie durch Ticketing steuern muss, dass die Leute das zu bestimmten Zeiten möglichst nicht tun. Aber bitte, bitte lasst es erstmal zu, damit wir wenigstens dieses Modell mal austesten, dieses Kombinationsmodell, rollern zum öffentlichen Nahverkehr und dann am Ende wieder ein bisschen rollern zum Zielort. Der zweite große Aspekt ist natürlich nicht nur der persönliche Rollerverkehr, sondern eben auch dieses Geschäftsmodell, was dahinter steht. Also der Leihroller. Der Leihroller, da sind natürlich jetzt stehen ganz viele Unternehmen schon mit den Kommunen in Gesprächen, Bird und Lime aus Kalifornien glaube ich, Tiers, ein Berliner Unternehmen und noch einige andere, die eben dieses Prinzip zum Geschäftsmodell gemacht haben. Wir stellen x Roller in die Stadt und du kannst dir halt für ein paar Cent oder Euro für eine bestimmte Zeit das Ding leihen, rumfahren, abstellen und das per App eben wie mieten und per App zurückgeben, fertig. Also ich finde, das klingt auf den ersten Blick erstmal total praktisch, wenn über diese Roller rumstehen, dann musst du dir nämlich selber keinen kaufen, sondern kannst dir schnell einen mieten. Denn im Zweifel kommt man dann eben häufig auch spontan auf die Idee, jetzt ein Roller wäre cool und dann muss man sich vielleicht kein Taxi nehmen. Das einzige Problem ist, wie kontrolliert man das denn? Also ich war jetzt gerade vor ein paar Wochen in Paris und da muss man sagen, da ist das völlig außer Kontrolle geraten. Da gibt es also auch mehrere Firmen, die diese Leihroller im öffentlichen Straßenraum abstellen und leider gibt es dann einfach sehr viele Roller, die mehr oder weniger gestrandet sind, wo irgendwie anscheinend der Akku leer war oder die sonst wie kaputt sind und die liegen dann halt einfach rum. Also Paris ist übersät mit Rollerleichen und das ist natürlich kein Spaß. Das ist kein Spaß und das ist natürlich auch die Furcht von einigen Kommunen, dass sie sagen, was machen wir denn jetzt damit und das Kreisverwaltungsreferat wird in der SZ zitiert mit dem Zitat, sollte die Verordnung zur Teilnahme Elektro-Kleinstfahrzeugen so geplant durchkommen wie geplant, so durchkommen wie geplant, was jetzt passiert ist, dann könnten Sharing-Anbieter so viele Roller aufstellen, wie sie wollen. Kommunen können das nicht verhindern. Ja, da sagt die Stadt München. Sagt die Stadt München. Und da habe ich gedacht, ist das wirklich so? Und dann haben wir hier vor der Sendung nochmal mit Remo Klinger telefoniert, renommierter Verwaltungsrechtler hier in Deutschland. Der Disclaimer mit die Gesellschaft für Freiheitsrechte, deren Vorsitzender ich bin, hat auch schon in bestimmten Fällen mit Rechtsanwalt Klinger zusammengearbeitet. Daher kenne ich ihn und er war auch schon mal zu Gast bei einer Lage live, also wir kennen ihn so ein bisschen. Das als Hintergrund, aber natürlich sind wir in keiner wirtschaftlichen Verbindung mit ihm. Und er sagt, ja, es sieht so aus, dass du eine Firma gründen kannst und du kaufst halt 8000 Roller und stellst die auf die Straßen. Da brauchst du erstmal keine Genehmigung dafür. Genau, das konnten wir im Moment nicht glauben, aber wir haben uns das dann mal so ein bisschen erklären lassen. Also das hängt so ein bisschen davon ab, was man da für ein System einsetzt. Da gibt es ja zum einen diese, was man bei Fahrrädern vor allem kennt, diese Stationssysteme, wo die Fahrräder in bestimmten Mietstationen stehen. Du kannst die da ausleihen und musst die auch wieder zu einer Station zurückbringen. Für solche Stationssysteme, sagt Remo Klinger, braucht man eine sogenannte Sondernutzungserlaubnis. Sondernutzungserlaubnis. Was bedeutet Sondernutzungserlaubnis? Naja, also normalerweise sind die Straßen für den sogenannten Gemeingebrauch gewidmet. Also man darf auf einer Straße ohne Erlaubnis alles tun, wofür eine Straße halt da ist. Rumlaufen, rumfahren, diese ganzen Dinge sind erlaubt. Was man aber auf einer Straße eigentlich nicht darf, ist die sogenannte Sondernutzung. Also wenn du zum Beispiel ein Café hast und möchtest Tische und Stühle auf den Bürgersteig stellen, dann ist das kein Gemeingebrauch. Dann brauchst du eine Sondernutzungsgenehmigung. Und da sagt Remo Klinger, genauso ist es auch mit den Stationen. Also wenn die jetzt für ihre Leihroller Stationen aufbauen wollten, das müssten die Städte genehmigen. Genau, das eigentlich attraktivere Modell ist aber das sogenannte Free-Floating-Modell. Also das, was wir vorhin beschrieben haben. Es stehen halt x Roller irgendwie in der Stadt rum. Du kannst den über eine App finden, den nächsten gehst hin, leist den dir aus und stellst ihn irgendwo im Geschäftsgebiet wieder ab. Und da sagt Klinger, Zitat, da stößt unser System der Sondernutzung an Grenzen, weil dafür wahrscheinlich keine Sondernutzung erforderlich ist, weil er sagt, naja, also das Ding macht halt das, was mit einer Straße gemacht werden darf. Man fährt halt mit dem Roller und nur die Tatsache, dass da dann alle x Minuten, halbe Stunde der Fahrer wechselt oder die Fahrerin, das ist jetzt noch keine besonders andere Nutzung als das, was da üblicherweise auf der Straße so erlaubt ist. Ja, und dann hatten wir so ein bisschen überlegt, naja, aber das ist ja irgendwie eine kommerzielle Nutzung des Straßenlandes. Und dann muss man natürlich auf der anderen Seite sagen, naja, aber das ist im Grunde genauso wie mit einem Klempner, der eine große Klempner-Firma hat und 100 Bullys betreibt. Die fahren auch den ganzen Tag auf öffentlichem Straßenland rum und er verdient damit Geld. Also allein, dass man quasi gewerblich die öffentlichen Straßen nutzt, das macht das eben, das macht es auch nicht dazu, dass es nicht mehr unter Gemeingebrauch fällt. Also sehr wahrscheinlich, sagt Remo Klinger, ist diese Nutzung öffentlichen Straßenlandes durch Mietroller tatsächlich noch Gemeingebrauch, keine Sonnennutzung. Genauso sieht es übrigens auch das Oberverwaltungsgericht in Hamburg in einer Entscheidung, die die wissenschaftlichen Dienste des Bundestages in einer aktuellen Stellungnahme vom Januar 2019 zitiert. Also in anderen Worten, normalerweise wird man als Kommune nicht viel tun können, einfach weil diese Nutzung des öffentlichen Straßenlandes durch Rollerverleihfirmen wohl schlicht nicht genehmigungspflichtig ist. Es sei denn, und das ist Berlin so ein bisschen so ein, ja wie sagt man, so ein Kompromissversuch, es sei denn, es häufen sich an bestimmten Orten eben Roller, ohne dass da explizit eine Station steht. Aber vor einem Hauptbahnhof oder so, da wird es natürlich immer mehr Roller geben und die versuchen jetzt durchzusetzen, dass wenn da mehr als vier Roller stehen, dass da auch eine Sondernutzung beantragt werden muss. Aber wie gesagt, das ist so ein bisschen wackelig. Das ist so ein bisschen wackelig und konsensorientiert. Ich meine, die Firmen sind natürlich alle in Gesprächen mit den Kommunen, weil die natürlich wahrscheinlich nicht müssten, wenn sie keine Stationen aufbauen wollen. Aber natürlich sind die daran interessiert, dass das da auch nicht zu Chaos und Zwietracht und Krieg führt. Ja genau, und da muss man nämlich sagen, es gibt schon noch eine gewisse Handhabe der Kommunen, wenn das quasi anfängt zu stören. Also sobald die Roller zum Verkehrshindernis werden und die so, wie das immer so schön heißt, im Verwaltungsdeutsch die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs beeinträchtigen, dann könnte man wohl aufgrund polizeirechtlicher Grundlagen einschreiten. Also Remo Klinger hinkt da einen Verstoß zumindest gegen die öffentliche Ordnung für denkbar, wenn Roller sich zusammenballen oder wenn Rollerleichen irgendwie den Gehweg blockieren. So wie das in München zum Beispiel der Fall war, als glaube ich eine dieser Fahrradfirmen pleite gegangen ist und ja, dann lagen halt überall diese Fahrräder rum und türmten sich und hingen in den Bäumen und was weiß ich. Und da kann man dann schon sagen, das ist jetzt ein Pleitefall, das ist schwierig, da kannst du nichts mehr machen. Ja, aber auch wenn die nicht pleite gehen, also einfach nur, wenn diese Roller quasi nicht vernünftig überwacht werden, wenn also die Firma zum Beispiel keinen Blick da drauf hat, wo ist ein Roller gestrandet, weil der Akku leer war und da wird dann von den Leuten irgendwo einfach liegen gelassen. Da muss die Firma drauf achten, denn sonst kann sie als Systembetreiber und damit in der Regel ja als Eigentümer dieser Roller, wie die Juristen sagen, als Zustandsstörer in Anspruch genommen werden. Also dann haftet man quasi für die Gefahren, für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, die von einem solchen liegen gelassenen Roller ausgehen. Das heißt also, die Systembetreiber haben schon ein Interesse daran, mit den jeweiligen Kommunen, sagen wir mal, eine gute Zusammenarbeit zu pflegen, damit die Kommune eben nicht sagt, okay, ihr redet nicht mit uns, dann müssen wir euch halt einfach Verwaltungsakte Bescheide schicken. Also Fazit würde ich sagen, about time, super, dass das jetzt kommt, wichtiger Baustein für so eine emissionsärmere Stadt, aber vielleicht auch ganz gut, dass es so ein bisschen später kam als in Barcelona, Paris etc., weil man da so ein bisschen jetzt die Lehren aus dem Chaos da auch ziehen kann, aber da räumt natürlich eine Menge draus. Also wenn die jetzt nur auf Radwegen und auf der Straße fahren dürfen, wo eh schon viel los ist, wo für Radfahrer und Radfahrerinnen schon zu wenig Platz ist, da kann man eigentlich nur sagen, das muss den Druck erhöhen, dass die Städte umgebaut werden, dass der Platz der Autos verkleinert wird, dass die Radwege ausgebaut werden, dass auch wirklich dedizierte Radwege da sind und dass es weniger Straßen gibt. Und ich würde sagen, dass zum Beispiel auch Parkplätze für Autos in der Stadt einfach sauteuer werden müssen. Das ist nicht einzusehen, warum Autos in der Stadt einfach für relativ wenig Geld, oft umsonst, so viel Platz einnehmen. Stichwort Anwohnerpark, holst du dir irgendwie so eine Plakette, was kostet die in Berlin, 40 Euro oder so und dann kannst du ein ganzes Jahr parken. Und wenn du die richtig teuer machst, dann wird sich da ein Wandel ergeben. Ja, zu unserem nächsten Thema, Stichwort soziale Netzwerke. In den letzten Tagen machten eine ganze Reihe von Nachrichten die Runde, dass bestimmte Accounts auf Twitter gesperrt worden sind und zwar aus teilweise doch einigermaßen überraschenden Gründen. Unter anderem nämlich wurde zum Beispiel Sven Kohlmeier gesperrt, netzpolitischer Sprecher hier der Berliner SPD. Aber es traf auch Thomas Stadler, einen relativ bekannten Rechtsanwalt und Blogger, ganz engagierten Netzpolitiker auch. Und zum Schluss wurde sogar die jüdische Allgemeine auf Twitter einige Stunden abgeschaltet. Ja, aber für total banale Sachen. Ja, das ist das eigentliche Problem. Also wirklich, hier Stadler, ein Rechtsanwalt, wurde ja auch geblockt für einen Wied, der glaube ich schon mehrere Jahre alt war und wo er geschrieben hatte so, Achtung, Hinweis für AfD-Wähler, bitte Wahlzettel unterschreiben, Smiley. Klar, wer den Wahlzettel unterschreibt, macht ihn ungültig, ja, streng genommen, so, klar, aber letztlich auch die jüdische Allgemeine, die hatte einfach nur einen Link gepostet, glaube ich, zu einem Interview mit ihrem Vorsitzenden auf irgendeiner Webseite. Ja, also man muss dazu sagen, diese ganzen Tweets, die dann zu Sperrungen führten, die sollen angeblich irreführende Informationen zur Europawahl enthalten haben, denn Twitter hat im April eine, wie sie das nennen, Richtlinie zur Integrität von Wahlen veröffentlicht und diese Richtlinie verbietet explizit das Posten oder Teilen von Inhalten, die sich negativ auf die Wahlbeteiligung auswirken oder falsche Angaben zum Termin, zum Ort oder zum Ablauf einer Wahl machen, das ist wohl der Hintergrund. Aber wenn man das mal als Maßstab heranzieht, dann sind diese Entscheidungen jedenfalls teilweise Unsinn. Also ich finde, das, was du gerade von Thomas Stadler zitiert hast, das ist noch so ein Grenzfall, das mit dem Unterschreiben des Wahlzettels, denn das ist ja auf den ersten Blick irreführend, wie du sagst, wenn man den Wahlzettel unterschreibt, ist er ungültig. Auf der anderen Seite war es durch den Smiley klar als eine Satire erkennbar. Also war nicht so ernst gemeint. Und außerdem drei Jahre alter Tweet, schon bizarr, dafür jetzt noch einen Account zu sperren. Ich finde den Fall aber dieser jüdischen Allgemeinen, das ist also eine jüdische Wochenzeitschrift, glaube ich, auf Twitter noch viel deutlicher. Die hatten nämlich einfach nur geschrieben, warum Israels Botschafter Jeremie Isacharov auf Gespräche und Treffen mit der AfD verzichtet. Also eine ganz typische Titelzeile aus einer Zeitung. Plus Link zu dem Interview, glaube ich. Genau, das war es. Also ein Interview mit diesem Typen oder ein Bericht über diesen Israels Botschafter. Und da muss man sagen, das hat doch nun mit der Wahl nicht im Entferntesten zu tun. Es ist vielleicht mittelbar ein Statement zur AfD, aber ja auch kein eigenes Statement der jüdischen Allgemeinen, sondern sie zitieren halt diesen Botschafter. Also wenn man dafür gesperrt wird, dann muss man schon ganz ehrlich sagen, dann hat Twitter ganz offensichtlich ein Riesenproblem. Das wissen die auch. Das haben sie ja auch eingestanden, dass das Fehler waren. Die Sperren wurden dann einige Stunden zum Teil wieder später aufgehoben. Dann gibt es halt noch die These, dass… Wie kommt es dazu? Ist ja ein bisschen die Frage. Ja genau, wie kommt es dazu? Und mit dieser Richtlinie, heißt es glaube ich, zu den Wahlen ist auch eine etwas erleichterte Meldemöglichkeit eingeführt worden. Also man kann da jetzt Accounts quasi anschwärzen. Genau. Und die Vermutung, Verdacht war, dass das, ja sagen wir mal, sagen wir mal so, andersrum. Es gibt Accounts aus dem rechten Spektrum, die dazu aufgefordert haben, sagen wir mal, ihnen missliebige Tweets auf diese Weise zu melden und somit für die Sperrung zu sorgen. Und wenn man das mal so sieht, wen es da so getroffen hat, dann waren das eben häufig Politiker der Mitte oder irgendwie des progressiv linken Spektrums. Und da gibt es eben den Verdacht, dass einfach jetzt AfD-Leute massenweise Accounts melden, die ihnen nicht in den Kram passen. Aber jedenfalls waren diese Sperrungen so bizarr, dass der Bundestagsausschuss für die digitale Agenda relativ spontan einen Tagesordnungspunkt in seine Sitzung von diesem Mittwoch aufgenommen hat. Der unter der Überschrift lief, Zensurvorfälle bei Twitter, wobei ich diese… Zensur ist falsch. Zensur ist einfach falsch. Zensur ist staat. Das ist ganz wichtig. Also wenn ein Medium oder eine Plattform oder was auch immer, aus welchen Erwägungen auch immer und wie falsch auch immer, Dinge streicht oder depubliziert oder so, dann ist das vielleicht alles möglich. Dann ist das ein Fehler, dann ist das vielleicht irgendeine Entscheidung, aber es ist nicht Zensur. Sondern Zensur üben Staaten aus mit dem Ziel, dass sozusagen staatenweit diese mit staatlichen Mitteln, diese Äußerung unterdrückt wird. Genau, das ist glaube ich eine ganz wichtige Unterscheidung, wobei man natürlich immer daran denken muss, es kann natürlich auch sein, dass ein Unternehmen so handelt, weil der Staat es dazu zwingt. Und das war dann auch direkt mal der Vorwurf. Auf jeden Fall, in diesem Fall kann man das aber eigentlich nicht sagen, warum das Stichwort Netzwerkdurchsetzungsgesetz, dazu kommen wir gleich. Jedenfalls hat dann also im Bundestag diese Anhörung stattgefunden. Da war also eine PR-Frau von Twitter auch anwesend und die hat dann, wie du sagst Philipp, diese Fehler auch eingeräumt, hat auf der anderen Seite behauptet, diese Entscheidung würde immer ein Mensch treffen. Da kann man sich nur noch wundern, wie das sein kann, dass ein Mensch zum Beispiel diesen Tweet der jüdischen Allgemeinen für eine Wahlmanipulation hält. Die Erklärung kommt im nächsten Satz, diese Entscheider sitzen überall auf der Welt. Mit anderen Worten, da ist dann im Zweifel ein Mensch, der englischer Muttersprachler ist, im Crashkurs geschult worden, deutsche Tweets zu filtern. Der sieht dann das Stichwort AfD, Bums, wird das dann geblockiert. Immerhin verspricht Twitter, dass diese Leute jetzt nachgeschult werden sollen, aber sie sagen auch, Satire ist weiterhin nicht okay. Also man darf im Kontext von Wahlen keine Satire auf Twitter äußern, sonst muss man mit Sperrungen rechnen. Das klingt erstmal nach einer rechtlich jedenfalls nur schwer haltbaren Position. Also die war nicht öffentlich, glaube ich, die Sitzung. Aber hier Saskia Essen von der SPD hat dem Spiegel aber gesagt, sie haltet diese Accountsperrung für einen Zitat schwerwiegenden Eingriff in die Meinungsfreiheit, würde sie selbst gesperrt werden. Das käme einer Beeinträchtigung ihrer Arbeitsfähigkeit gleich und Twitter solle andere Sanktionsmittel wählen als eben die Sperrung. Aber man könnte ja auch sagen, warum sperren die gleich den ganzen Account? Die können einfach den strittigen Tweet irgendwie markieren oder sperren. Und die Frage, braucht es eben diese Accountsperrung wegen der besonderen Stellung von Twitter und anderen sozialen Netzwerken im öffentlichen Diskurs zumindest eine bessere Einspruchs- und Beschwerdewege für die Betroffenen? Genau, das ist nämlich das Problem. Also wenn du natürlich Thomas Stadler bist oder wenn du die jüdische Allgemeine bist, dann sind das so… Das sind so deine Wege. Genau, das ist so Twitter-Prominenz. Das heißt, da gibt es dann schnell Leute, die das irgendwie bekannt gemacht haben. Aber für kleinere Twitter-Accounts ist das dann möglicherweise sehr schwer, überhaupt bei Twitter den nötigen Druck aufzubauen. Und die Schlussfolgerung, die sich für mich da so ein bisschen aufdrängt, ist, also im konkreten Fall, ist Twitter ganz offensichtlich mit den eigenen Regeln überfordert. Zugleich sieht man aber die extrem wichtige Rolle, die soziale Netzwerke einfach spielen bei der Kontrolle unserer Kommunikation im Internet. Twitter entscheidet, wer auf Twitter kommunizieren kann. Und jetzt ist natürlich die Frage, das kam natürlich sehr schnell auf, ist das Netzwerkdurchsetzungsgesetz daran schuld? Genau, da muss man ehrlich sagen, nein. Denn diese Sperrungen haben mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz nichts zu tun. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz verlangt überhaupt keine Sperrung. Also es verlangt nur, dass bestimmte Inhalte gelöscht werden, wenn sie strafbar sind. Diese Inhalte, um die es hier geht, sind aber überhaupt nicht strafbar, sondern legal. Und wie gesagt, die Sperrung ist ohnehin keine Maßnahme, die nach dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz vorgenommen werden muss. Ganz im Gegenteil, hat das Netzwerkdurchsetzungsgesetz die Netzwerke dazu gezwungen, dass sie quasi Sperrcenter einrichten. Also bestimmte Prüfstellen, die sich die Inhalte auf den Netzwerken angucken. Das sollte eigentlich die Bearbeitung von Beschwerden gerade verbessern und professionalisieren. Klar, jetzt haben diese Beispiele gezeigt, das funktioniert offensichtlich noch nicht so ganz richtig. Aber ich glaube, da die Schuld in diesem Fall bei der Politik zu suchen, das wäre einfach unfair. Da hat einfach Twitter seine Hausaufgaben nicht gemacht. Sie haben da eine Strichtlinie quasi in die Welt losgelassen, aber dann nicht das Personal dafür, diese Richtlinie vernünftig umzusetzen. Ja, und das geht ja nicht nur Twitter so. Also wir haben das ja auch auf Facebook ganz massiv, auf YouTube ganz massiv. Overblocking. Overblocking, ja, oder auch komische, wo sie versuchen, bestimmte Richtlinien und Moderationsprinzipien und Community Guidelines mit technischer Hilfe durchzusetzen. Das ist ja der Versuch dieser Technikgiganten. Und es geht regelmäßig schief. Und es geht regelmäßig schief. Wir sehen das bei Twitter, haben wir jetzt ausführlich darüber geredet. YouTube war auch so ein Fall, haben wir auch gesagt, wo die ja eigentlich versuchen, um irreführende Nachrichten und Videos, sagen wir mal, zumindest in Kontext zu setzen, und versuchen sie halt automatisiert Informationen aus der Wikipedia neben Videos einzublenden. Und da haben sie halt neben dem Brand von Notre Dame einen Informationstext eingeblendet, der über 9-11 aufklärt und so. Also selbst diesen Technikgiganten gelingt es nicht, mit massiver Kohle und massiven Personaleinsatz das technisch in den Griff zu kriegen. Und da stellt sich dann die Frage, müssen Staaten mehr regulieren? Und da haben sich diese Woche auf diesem sogenannten Christchurch-Gipfel in Paris einige Politiker getroffen. Also Christchurch war der, oder ist der Ort in Neuseeland, wo es halt diesen rechtsextremen Massenmord an Muslimen gegeben hat, der auch live gestreamt wurde. Und da hatten sich in Paris, also Neuseelands Regierungschefin, wie wird die ausgesprochen, weißt du das? Jaquinda Ardern, glaube ich, und Emmanuel Macron getroffen, Frankreichs Präsident, und haben eine Initiative angestoßen, die also die Internetübertragung von Terrorangriffen unterbinden soll. Und Facebook hatte schon, sagen wir mal, im Zuge und im Vorfeld dieses Treffens angekündigt, da, sagen wir mal, selber Einschränkungen auf der Plattform vorzunehmen. Also bei schwerwiegenden Regelverletzungen sollen Nutzer eine bestimmte Zeit, wie es da heißt, keine Videos mehr übertragen können live. Ja, beispielsweise 30 Tage wurde da angegeben. Als Beispiel für so einen schweren Regelverstoß nannte Facebook die Weiterleitung eines Links zu einer Mitteilung einer Terrorgruppe ohne Einordnung. Also anhand dieser Detailtiefe kann man schon sehen, wie schwer das ist, das im Einzelnen dann beurteilen zu können. Die Plattformen versagen da regelmäßig, das haben wir genannt und mit Technik und Personal kommen sie da offensichtlich nicht weiter. Und jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir? Also, und ich glaube, ich glaube, und da hat der ehemalige Technikchef von Facebook, der rausgeschmissen wurde, auch auf Twitter was zugesagt, verlinken wir auch, dass wir da vor einem Dilemma stehen. Also wenn wir einerseits von diesen Konzernen verlangen, hey, ihr seid Plattformen, ihr seid nicht einfach nur irgendein Infrastruktur-Dienstleister, ihr müsst mehr Verantwortung übernehmen für das, was auf den Plattformen passiert, dann bedeutet das automatisch… Das klingt erstmal super gut. Haben wir ja auch gefordert die ganze Zeit. Es gibt ja immer wieder Probleme mit Inhalten, die wir auf den Plattformen nicht haben wollen. Christchurch ist ja im Grunde nur die Spitze des Eisbergs. YouTube hatte jetzt irgendwie Videos von dem Brand der Kirche Notre-Dame in Paris verwechselt mit Videos von 9-11, hat dann auch die Notre-Dame-Videos geblockt. Also die Plattformen versuchen, alle möglichen Dinge schon von ihren Plattformen fernzuhalten, die sie für illegal oder nur für unerwünscht halten und es geht halt einfach dauernd schief. Es geht, entweder schaffen sie es nicht, ihre eigenen Regeln konsequent durchzusetzen und dann kann man über die Regeln an sich streiten, ob Busen okay sind oder nicht okay sind. Und was da mit einhergeht ist, wenn wir fordern, die Plattformen müssen mehr Verantwortung übernehmen, heißt das automatisch, dass sie auch mehr Macht bekommen. Das ist das große Risiko, ja. Und die Frage ist, wollen wir das? Wollen wir, indem wir sagen, YouTube, du musst mehr Leute einstellen, du musst die besser schulen. Twitter, ihr müsst eure Leute schulen, ihr müsst mehr Leute einstellen, die müssen in Deutschland sein und so weiter und so fort. Das bedeutet immer, dass wir diesen Plattformen immer mehr Macht geben. Also wir können, ich glaube, man kann natürlich sagen, das müssen wir schon deswegen machen, weil die Plattformen ja quasi diese öffentlichen Diskursräume schaffen. Also sind sie auch quasi dafür zuständig, in diesen Diskursräumen für Recht und Ordnung zu sorgen. Das kann man ja als These so vertreten. Die Frage ist nur einfach, ob dann diese Kontrolle dieser öffentlichen Räume tatsächlich quasi nach Recht und Gesetz vorgenommen wird. Ob diese Spielregeln, die die Netzwerke dann anwenden, ob die sich tatsächlich im Einklang befinden mit den Spielregeln, die unsere Rechtsordnung setzen. Und da kann man jetzt natürlich sagen, das ist halt deren Privatgrund, da können die quasi machen, was sie wollen. Aber das wäre aus meiner Perspektive ein großes Problem in einer demokratischen Gesellschaft. Denn wenn man jetzt irgendwie eine kleine Kneipe an der Ecke betreibt, dann kann man sich vielleicht überlegen, wie man reinlässt und wie man nicht reinlässt. Aber wenn man ein weltweites Netzwerk ist und einfach eine ganz zentrale Rolle spielt im öffentlichen Diskurs, dann kann man eben möglicherweise nicht mehr einfach irgendwelche obskuren Hausregeln durchsetzen oder auch nicht. Sondern dann muss man möglicherweise sich auch gefallen lassen, dass die Spielregeln in diesen Plattformen eben die Gesetzgeber festlegen. Denn nur die Gesetzgeber sind demokratisch legitimiert. Es kann irgendwie nicht sein, dass im quasi öffentlichen Raum auf Facebook und Twitter nicht der Gesetzgeber entscheiden kann, was legal ist. Das ist die eine Debatte, das Legale. Aber es geht ja eigentlich viel weiter, dass wir eine Vielfalt der Debatte haben wollen. Dass wir uns fragen müssen, wer entscheidet denn darüber, was Satire, was ein Witz, was zulässige Meinung ist etc. Und da gibt es halt jetzt immer mehr Leute, die weitergehende Schritte fordern. Einer ist Chris Hughes, der war Mitgründer von Facebook, hat in der New York Times einen großen, viel beachteten Meinungsartikel geschrieben. Der sagt, zerschlagt Facebook. Es ist einfach zu groß. Too big to fail. Mark Zuckerberg hat zu viel Macht. Die Übernahme, die Erlaubnis der Übernahme fiel mehr durch die Kartellbehörden von Facebook durch, von Instagram und WhatsApp durch Facebook. Sagt er, war ein riesiger Fehler. Dazu ist quasi, dadurch ist Facebook zu einem Monopol geworden. Das müsst ihr vielleicht noch kurz erklären. Also Facebook ist, was wir alle kennen, die große blaue Website. Ja, und mit der App dazu. Mit der App. Das ist Facebook. Dann hat Facebook diese Messenger-Funktion, ist eine eigene App und inzwischen eine der wichtigsten Messenger. Dann hat Facebook noch Instagram und WhatsApp gekauft. Das heißt also, neben dem eigenen Messenger haben sie jetzt noch Instagram, diese Fotosharing-App, die auch als Messenger benutzt wird von vielen Menschen. Und sie haben den verbreitetsten Messenger auf der Welt noch übernommen, nämlich WhatsApp. Mit anderen Worten, Facebook hat inzwischen sowohl für die Individualkommunikation, ja, Menschen tauschen sich über Messenger aus, als auch für, als soziales Netzwerk eine quasi Monopolstellung. Das muss man sich mal überlegen. Und die planen jetzt halt auch die User-Daten zusammenzulegen sozusagen von Instagram, Facebook. Ja, das ist nochmal ein Datenschutzproblem. Aber jetzt, wenn man nur aus der Perspektive Einfluss auf die Kommunikation schaut, Individualkommunikation und soziales Netzwerk, also quasi Massenkommunikation, beides ist in den Händen von einem Menschen. Das muss man sich überlegen. Mark Zuckerberg entscheidet, ob wir beiden uns auf WhatsApp schreiben können. Und ins selbe Horn hat auf der Republika auch Cory Doctorow geblasen, ein Outdoor-Science-Fiction-Autor, Blogger und Aktivist. Und er hat dort Folgendes gesagt. Ja, mit anderen Worten, wenn wir die Plattformen dafür bestrafen, dass sie ihre Monopole missbrauchen, indem wir ihnen neue Pflichten übertragen, ja quasi die Polizisten zu spielen auf ihren Plattformen, und damit ihnen Pflichten übertragen, die normalerweise Staaten übernehmen, ja dann zementieren wir auf diese Art und Weise nur ihre Dominanz, weil wir ihnen im Grunde noch mehr Macht geben. Genau, und der argumentiert, Plattformen sind dann einfach, wenn sie es nicht jetzt schon sind, aber dann erst recht too big to fail. Und er sagt, Staaten bräuchten dann diese Plattformen, um angeblich Terror und Kriminalität zu verfolgen. Und es wäre noch schwieriger, sie dann zu zerschlagen und Doctorow führt dann Argumente... Er heißt Doktorow. Doktorow, nicht Doktorow. Bist du sicher? Ja, ja. Doktorow. Führt dann weiter aus. The only answer to this is not to like make more baroque rules for Facebook and how it moderates content. The answer is to make Facebook's content moderation decisions less consequential. Also seine These ist, die einzige Antwort darauf sei, dass wir nicht noch mehr barocke Regeln für Facebook schaffen, wie es Inhalte moderieren soll, sondern die Antwort sei, Facebooks Moderationsentscheidung weniger gewichtig, weniger folgenreich zu machen. Genau, also sprich Facebook zerschlagen. Einfach, dass es nicht nur eine dominierende Plattform im Internet geben darf, auf der öffentlich debattiert wird, wo man sich zusammenschließen und Aktionen auch planen kann und organisieren kann. Sondern es müssen einfach mehr Plattformen her und deswegen auch hier die Forderung, Facebook zu zerschlagen und nicht sozusagen ihm noch mehr Aufgaben und Macht zuzuschaufeln, indem man ihnen sagt, ihr müsst besser moderieren. Ja, also ich finde, das sind jedenfalls sehr interessante Gedanken. Da muss man sich Gedanken drüber machen, ob das nicht tatsächlich der Weg ist, denn man sieht das ja jetzt einfach auch im politischen Raum, dass der Ruf immer sehr schnell in die Richtung geht, die Plattform in die Pflicht zu nehmen, wie es immer so schön heißt. Aber in die Pflicht nehmen bedeutet im Wesentlichen eben auch die Spielräume und die Einflussmöglichkeiten der Plattformen zu stärken, anstatt sich Gedanken darüber zu machen, wie man einfach vielleicht mehr Vielfalt schaffen kann. Denn wenn man sich überlegt, wie viele Milliarden Menschen inzwischen auf Facebook sind, über zwei Milliarden, 2,3, die wirklich effektiv zu moderieren, ist kaum möglich. Jedenfalls ist es nicht wirtschaftlich und das muss man sich bei diesen Moderationsentscheidungen von Plattformen immer vor Augen führen. Es hat dann zum einen das Demokratiedefizit, dass die Regeln, nach denen Plattformen arbeiten, nicht demokratisch kontrolliert sind zunächst mal, sondern eben wirtschaftlichen Interessen folgen. Und wir haben zum zweiten die wirtschaftlichen Interessen, die natürlich bestimmen, wie viele Moderationsteams eingesetzt werden. Das muss man sich überlegen. Also die Menschen, die man braucht, um Inhalte sinnvoll zu moderieren, die kosten natürlich eine ganze Menge Geld. Und da wird ein wirtschaftlich arbeitendes Unternehmen im Zweifel immer sparen. Das heißt, diese Moderationsentscheidungen werden systematisch defizitär sein, weil da halt im Zweifel irgendwelche Ein-Euro-Jobber hingesetzt werden. Ja, erst recht, wenn du ein Monopol bist und sonst kein Druck ausgesetzt bist, dass das andere irgendwie besser machen oder so. Jetzt ist ein bisschen die Frage, wäre die Lösung dann nicht einfach weniger Plattform-Spielräume und stattdessen ein bisschen mehr Staat? Das klingt auf den ersten Blick natürlich jetzt auch nicht so ganz einfach. Möchte man wirklich, das ist gerade insbesondere ein Reflex, den man in den Vereinigten Staaten sofort erntet mit dieser These, den Staat mehr in die Verantwortung zu nehmen. Da will man wirklich, dass der Staat den Austausch von Gedanken und Meinungen kontrolliert. Das ist sicher auch nicht ganz ungefährlich. Auf der anderen Seite muss man sagen, sind staatliche Entscheidungen immerhin besser demokratisch kontrollierbar und insbesondere besser durch die Justiz kontrollierbar als Entscheidungen von Firmen. Ja, ja. Also ich würde, wie gesagt, staatliche Rolle würde ich da eher sehen, für Vielfalt zu sorgen und weniger die Inhalte zu moderieren. Ja, das ist so ein bisschen die Frage. Also das hängt davon ab, wie der Staat das tatsächlich macht. Also es gibt da ja, es gibt im Grunde jetzt zwei Einsätze. Also zum einen gibt es die Forderung, anonyme Nutzung von sozialen Medien generell zu verbieten und das zweite wären Alternativen dazu. Dazu komme ich dann gleich. Aber diese Forderung, anonyme Nutzung von sozialen Medien zu verbieten, die wird in letzter Zeit immer häufiger vernommen. Gerade so auf der konservativen Seite des politischen Spektrums wird ganz viel geredet von einer Pflicht, im Internet Klarnamen zu verwenden. Und das ist jetzt gerade nochmal hochgekocht, weil Manfred Weber, also der Spitzenkandidat der konservativen Parteien in Europa, vor einigen Tagen beim Kandidatenduell, bei der Elefantenrunde der EU-Kandidaten, geäußert hat, die Netzgemeinde müsse bei jedem Account wissen, wer dahinter steht. Und sein Gegenkandidat Timmermans von der SPE hat sofort gesagt, nö. Also Sozialdemokraten. Von den Sozialdemokraten ist also jetzt nicht so richtig klar, ob das tatsächlich kommt. Aber wir wollten diesen Vorschlag trotzdem mal diskutieren, weil der eben in diesem Kontext passt der Regulierung des Internets. Auf den ersten Blick mag der ja ganz gut klicken. Ja, also genau, das passt so in diese, was passt so in diese, sagen wir mal in den Werkzeugkasten dieser kurzfristigen Regulierungsbemühungen. Ja, also Facebook zerschlagen ist so, okay, maybe, aber wir haben jetzt das Problem und da reagieren Konservative unter anderem mit dieser Forderung. Wir brauchen also Klarnamen, ja, auch Autos haben ja Nummernschilder, ne. Ist aber schwer durchzusetzen, wenn Anonymität nämlich illegal wird, dann sind nur noch illegale anonym. Genau, das ist so dieses klassische Gegenargument, ne. Wenn du irgendwie eine Pflicht irgendwem auferlegst, dann werden das die braven Bürger befolgen. Dann sind wir alle nicht mehr anonym im Internet unterwegs. Aber wer sowieso illegal unterwegs ist, ja, dem kann das dann nämlich schnurrt sein. Auf gut Deutsch, wenn du sowieso Drogen verkaufst, dann ist die Kennzeichnepflicht im Internet dein kleinstes Problem. Genau, und Anonymität, das kann man hier bei der Gelegenheit auch nochmal sagen, ist auch nicht ganz neu, aber kann man schon mal hier auch nochmal verbreiten. Anonymität ist ja, hat ja auch, sagen wir mal, in der Öffentlichkeit und für viele eine ganz zentrale Bedeutung. Also es ist ja nicht nur la polar und Selbstzweck. Nee, also es gibt natürlich immer so diese These, ja, wer nichts zu verbergen hat und so. Aber es gibt eben eine ganze Menge Gründe, warum man im Internet sich anonym bewegt, auch wenn man völlig legal handelt. Also Anonymität ist eben gerade nicht nur eine Voraussetzung, um Illegales zu tun. Netzpolitik.org hat das schon für einiger Zeit in einem Überblicksartikel mal eine ganze Menge an Beispielen gebracht, die finde ich auf den ersten Blick einleuchten. Stell dir vor, du bist schwul in einem kleinen konservativen Dorf in Bayern. Du möchtest aber nicht aus der Fußballmannschaft oder aus der Blaskapelle rausfliegen, weil wir die möglicherweise ein Problem mit Schwulen haben. Nehmen wir Niedersachsen, nur um des Friedens willen. Stimmt, weil wir haben ja nichts gegen Bayern. Wir haben nichts gegen Bayern. Das muss man ganz deutlich sagen. Nehmen wir einen Ort im Emsland, ja, Schwarz wie die Nacht, erzkatholische Gegend. Ich weiß das, weil ich da viele Jahre als Lokalreporter unterwegs war für den Kirchenboten, ja, in den 90ern. Ja, 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 Philipp, die Welt ist ein Dorf. Ich war früher mal Lokalreporter für den Kirchenboten, das ist die Wochenzeitung des Bistums Osnabrück. Und insofern weiß ich genau, wie das abgeht, wenn 75 Jahre katholische Frauengemeinschaft Westrauder Fäden gefeiert wird. Und da ist es, glaube ich, nicht so ganz einfach, bis heute mit der Regenbogenfahne um die Schultern durchs Dorf zu laufen. Okay, da willst du anonym sein. Oder du bist eben Angestellter in einem Verband, dessen politische Ausrichtung du nicht immer teilst. Kann ja auch sein. Genau, stell vor, Industrieverband oder so, dein Chef haut irgendwas raus, was, sonst bist du vielleicht gerne in dem Verband, aber dann haut dein Chef irgendwas raus, was du nicht gut findest. Dann möchtest du vielleicht eine andere Position im Netz vertreten. Ja, und zwar ohne, dass der Chef dich am nächsten Montag in sein Büro ruft und sagt, Herr So und So, was haben Sie denn da getwittert? Ja, oder Dr. Ro hat auch so ein Beispiel genannt aus Kambodscha, glaube ich, Dr. Roff, wie gesagt, nennen wir ihn so. Wo es eben, Facebook hat diese Klarnamenpflicht, ja, und wo dann sozusagen vom herrschenden Regime dort diese Klarnamenpflicht genommen wird, um gegen Leute vorzugehen, die das eben nicht erfüllen. So nach dem Motto Facebook, der Staat, dass sich der Staat sozusagen da zum Anwalt von Facebook macht, zum Schein. Ja, aus durchsichtigen Gründen. Ja, aus durchsichtigen Gründen. Und dann Leute unter irgendeinem Vorwand der Klarnamenpflicht eben da einknastet. Oder du bist Journalist, ja, und recherchierst zur Bundeswehr, ja, weiß ich nicht. Und du fährst was über Soldaten. Ja, also stell dir vor, du bist Journalist, recherchierst zur Bundeswehr, aber für die Taz. Ja, Stichwort hier hatten wir ja gerade Hannibal-Netzwerg. Wenn du also als Taz-Journalist versuchst, in eine Chatgruppe von Bundeswehrsoldaten reinzukommen, dann ist das sicher nicht ganz einfach, weil die im Zweifel sehen, aha, so eine linke Bazille, mit dem reden wir gar nicht. Ja, aber wenn du natürlich unter Tarnnamen ankommst, hast du möglicherweise viel bessere Chancen. Oder letztes Beispiel, das ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann. Stell dir vor, du bist ein demokratischer Schüler in einer sächsischen Kleinstadt. Und um dich herum sind ganz schön viele Leute rechtsradikal. Das ist ja die traurige Wahrheit, ja. So sieht es ja aus in Sachsen in vielen Ecken. Und du beobachtest also reihenweise Straftaten von Nazis und wie sie vom dörflichen Umfeld, aber auch von der Lokalpolitik und von den Behörden vor Ort, vor allem natürlich von der sächsischen Polizei, gedeckt werden. Ja, und das Thema muss dann natürlich an die Öffentlichkeit. Also richtest du dir auf Twitter einen Account ein und begleitest diese Vorkommnisse, stellst Öffentlichkeit her und so endlich passiert was. Und da muss man nochmal sagen, wie gut, wenn dann die Nazis nicht wissen, wie dein echter Name ist. Genau, und dann ist es wieder eine Güterabwägung. Natürlich kann man auf die Idee kommen, dass es eine gute Idee ist, aber vielleicht hat es auch ein paar positive Aspekte, aber die negativen finde ich überwiegend eindeutig. Wenn man sich das so überlegt, dann finde ich auch, kann es in der Demokratie einfach kein Verbot der anonymen Nutzung des Internet geben. Der Preis wäre zu hoch. Auf der anderen Seite, ja genau, und damit eben auch keine Pflicht zu Klarnahmen in sozialen Medien. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, gibt es natürlich eben schon Accounts, von denen enorme Risiken ausgehen oder von denen Hass oder auch Straftaten begangen werden. Und ich finde einfach, da muss man dann eine Lösung finden. Und du hast ja da mal was ausgedacht. Ich habe mir da mal was ausgedacht, ich denke da schon länger drüber nach, aber ich wollte das jetzt mal in der Lage mal vorstellen. Und zwar, ich glaube, wir haben oben das Thema angefangen mit Accountsperren bei Twitter. Die haben nicht funktioniert, aber ich glaube, Accountsperren können dieses Problem mit den anonymen Internetaccounts im Prinzip schon ziemlich gut lösen. Sie müssen dazu nur richtig eingesetzt werden. Und deswegen, was ich mir vorstellen würde, wäre ein gerichtliches Verfahren, wo man Anträge stellen kann, einen Account zu sanktionieren. Bislang ist das Problem, wenn man nicht weiß, wer hinter einem Account steht, kann man auch nicht klagen, kannst du nichts machen. Deswegen würde ich mir vorstellen, dass man, wenn man halt sagt, anonyme Accounts generell abzuschaffen, der Preis ist zu hoch. Deswegen muss man dann eben statt gegen den Inhaber des Accounts oder die Inhaberin direkt gegen den Account vorgehen. Denn man weiß ja in jedem Fall, bei welchem Netzwerk der betrieben wird, also Twitter, Facebook, sonst wo. Und diese Netzwerke müssen sowieso schon eine Zustellanschrift in Deutschland haben. Das heißt, diese Netzwerke kann man erreichen, denen kann man gerichtliche Bescheide zustellen. Hier, Account hat gemacht, gepostet, bla, bitte. Ja, nur, dass wir den Gedanken so ein bisschen anfangen, also die Netzwerke kann man erreichen. Also wo Twitter, Facebook erreichbar sind, das weiß man, die müssen nach dem NetzDG sowieso schon eine Adresse in Deutschland vorhalten. Das heißt, ein Gericht kann die jetzt schon erreichen. Und meine Idee wäre, dass jeder einen Antrag stellen kann bei einem Gericht und sagen kann, dieser Account hier verbreitet zum Beispiel strafbare Propaganda, ja, Volksverhetzung. Und dass dann das Gericht entscheiden kann, dieser Account wird für vier Wochen gesperrt und der Beschluss kann dann zugestellt werden bei Twitter oder bei Facebook. Und wenn der Account weiterhin irgendwelche illegalen Dinge verzapft, dann könnte er möglicherweise auch mal zwangsweise gelöscht werden. Und der Vorteil wäre, da müsste man gar nicht wissen, wem der Account gehört, sondern man könnte direkt gegenüber dem Netzwerk tätig werden, indem man gegen den Account vorgeht. Also zwei Sachen, das eine ist, die Leute öffnen einen anderen Account. Klar, das kannst du natürlich nicht völlig verhindern. Aber er hat dann natürlich, wenn der 30.000 Follower hat oder so und du machst einen neuen auf, hat er erstmal null. Ich weiß Bescheid. Also so einfach ist das dann doch nicht. Okay, das ist das eine. Das andere ist, das NetzDG, sagen wir mal, hat ja so eine ähnliche Stoßrichtung, nur dass dafür dann die Netzwerke zuständig sind. Genau, und das ist eben das große Problem, das haben wir eben schon dargestellt. Netzwerke kriegen das einfach nicht auf die Reihe. Aber die Gerichte hingegen sind dafür eingerichtet. Sind die nicht dann überlastet? Das muss man sich natürlich immer überlegen, wie viele Ressourcen das denn tatsächlich kostet. Aber die Landgerichte zum Beispiel haben sowieso Pressekammern, die sind ja bislang auch zuständig für solche Verstöße. Und ich denke mal, die würden auch nicht überlastet werden, weil im Normalfall ja Einzelpersonen jetzt nicht hingehen würden und einen Antrag ans Landgericht schicken, bitte sperrt mal den Account so und so. Sondern das würden im Zweifel Verbraucherschutzvereine tun oder andere Vereine, die sich eben für die Meinungsfreiheit oder für Antidiskriminierung im Netz einsetzen. Es gibt da ja zum Beispiel diese Amadeo-Antonio-Stiftung, die gegen Nazi-Accounts insbesondere vorgeht. Also das wäre so mein Gedanke, das werden nicht so viele Anträge sein. Aber wenn ein Account ständig auffällt mit irgendwelchen Hassbeiträgen, dann würde sich sicherlich so ein Verein das mal quasi sich des Problems annehmen, an solchen Antrag stellen. Dann würde der Account erst gesperrt und dann irgendwann gelöscht. Und ich glaube, der große Vorteil wäre eben, dass der Staat sich nicht mehr aus der Verantwortung stiehlt. Und dass man auf diese Art und Weise auch gegen Accounts vorgehen kann, deren Inhaber man nicht kennt. Das heißt, dieses ganze Problem mit der Anonymität im Netz wäre mit einem Schlag irrelevant. Aber da geht es nur um strafrechtlich relevante Sachen? Das müsste man dann entscheiden, ob man als Anknüpfung tatsächlich nur strafbare Inhalte nehmen möchte oder ob man auch zivilrechtlich zum Beispiel unzulässige Persönlichkeitsrechtsverletzungen nehmen will. Aber Falschmeldungen kriegst du so nicht in den Griff? Falschmeldungen, das ist ein anderes Thema, weil Falschmeldungen schon aus Rechtsgründen extrem schwer nur verboten werden können. Die sind im Zweifel gar nicht illegal. Das heißt ja nicht, dass das Schwachsinn ist, nur um das ein bisschen abzugrenzen. Ja, also wie gesagt, bei meinem Vorschlag geht es nicht um die Frage, was ist legal und illegal, sondern da würde ich anknüpfen an die Rechtslage, die wir eh haben. Der Vorschlag versucht nur die Frage zu beantworten, wie gehe ich um mit illegalen Inhalten, wie sanktioniere ich die und das NetzDG sagt dann, manche Sachen müssen halt gelöscht werden. Und mein Vorschlag wäre jetzt nicht nur einzelne Beiträge im Blick zu nehmen, sondern zu sagen, dieser Account ist ein Problem, weil er regelmäßig oder jedenfalls im Einzelfall illegale Dinge veröffentlicht hat. Wir wissen aber nicht, wer dahinter steht, weil anonymer Account folglich kann direkt bei Twitter oder Facebook gegen den Account vorgegangen werden. Und ich glaube, das nimmt so ein bisschen den Druck aus dem Kessel, weißt du? Denn diese Klarnamensdebatte ist extrem gefährlich. Wir haben eben die Beispiele schon gebracht, warum Anonymität wichtig sein kann. Aber politisch entsteht gerade ein enormer Druck und ich glaube, dieser Vorschlag könnte ein Kompromiss sein, wie man was tun kann gegen anonyme Accounts, ohne dass man Anonymität als solche verbietet. Könnt ihr ja mal in den Kommentaren euren Senf dazu abgeben, was euch da an Einwänden, Fragen etc. einfällt, dann können wir da nächste Woche nochmal drauf eingehen. Bei der Lage live in Konstanz übrigens. Also wer live dabei will, ihr wisst Bescheid. Könnt ihr euch ein Ticket klicken. Diese Woche gab es eine Kabinettssitzung, in der beschlossen wurde, Azubis einen Mindestlohn zu zahlen. Und dafür gibt es einen guten Grund, das hat Fintball recherchiert. Genau, genau. Ich würde bis an die Front gegangen. Dazu bin ich nämlich, wie ihr jetzt hört, pass mal auf, in einen Friseursalon gegangen. Ah. Aber nicht in irgendeinen. Ich dachte schon, du warst Kneipen oder so. Nein. Das klingt so nach Wassertreten. Das ist hier waschen, Haare füllen, Feuer waschen. Wo warst du? Im Friseur Astoria Salon International in Leipzig. War das so mit Massage? Das klingt so leicht schlüpfrig. Nein, 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 nein. Das war sehr solide und ist ein ganz legitimer und guter Friseur. Also es geht um Haare. Es geht um Haare in dem Fall, genau. Und wen ihr da waschen hört, das ist Sandra Bauch. Die ist da Salonleiterin und ihres Zeichens Friseurmeisterin. Das heißt, die könnte auch Azubis ausbilden, macht sie aber nicht. Weil wir niemanden finden als Lehrling. Und das könnte am Geld liegen. Ach, was bekommt man denn so als Friseurlehrling in Leipzig? Also auch, Preisfrage. Was verdient ein Friseurlehrling in Leipzig im ersten Lehrjahr? Also man würde ja hoffen, also Leipzig ist billiger als Berlin, aber man würde ja schon hoffen, dass der jetzt nicht mit weniger als 500 Euro nach Hause geht. Also laut Handwerkskammer Leipzig verdient der oder die 200 Euro im Monat. 200 Euro. Wenn du das auf 8-Stunden-Tag mit 22 Werktagen im Monat umrechnest, dann sind das 1,13 Euro pro Stunde. Vor allem sind das mal 6,66 Euro am Tag. Davon kannst du nicht leben. Also selbst in Leipzig nicht. Fotografen ähnlich. Man muss sagen, viele haben auch mehr Maurer, sind über 1000 und so. Ich weiß nicht, jetzt in Sachsen weiß ich es nicht, aber so generell, da gibt es viele Ausbildungsberufe, wo man mehr kriegt. Aber es gibt eben auch ein paar, wo man echt wenig verdient. Und es gibt natürlich auch Leute, die so richtig gekniffen sind. Nämlich die Psychotherapeuten, die müssen ja für ihre Ausbildung noch bezahlen. Ja gut, das ist noch ein ganz anderes. Aber gut, ja. Also und aus diesem Grund, also Friseur 200, Friseurazubi erstes Lehrjahr 200 Euro. Deswegen hat die Bundesregierung also einen Gesetzentwurf an den Bundestag weitergeleitet. Der ist noch nicht verabschiedet. Das Kabinett hat es beschlossen und der Bundestag muss jetzt darüber abstimmen. Wird wahrscheinlich durchgewunken mit den Stimmen der Großen Koalition. Und dann würde gelten ab dem nächsten Januar, also 1.1.2020, dass im ersten Ausbildungsjahr eine Mindestvergütung von 515 Euro im Monat zu zahlen wäre. Also mehr als doppelt so viel, wie die Friseure da in Leipzig jetzt kriegen im ersten Ausbildungsjahr. Und danach geht das so ein bisschen nach oben, bis es dann nach vier Jahren bei 620 Euro im ersten Ausbildungsjahr mindestens sein muss. Und danach, das ist auch besonders, gibt es also eine jährliche automatische Erhöhung. Und zwar um so viel, wie halt der durchschnittliche Ausbildungslohn in Deutschland steigt. Also gibt es so einen Automatismus, um halt diesen Mindestlohn quasi immer nach oben zu bewegen. Und auch während der Ausbildung, also vom ersten, zweiten, dritten und vierten Lehrjahr, soll es immer Steigerungen geben von 18, 35 und 40 Prozent. Je nach Ausbildungsjahr soll es also auch nach oben gehen. Das ist auch fixiert. Laufende Ausbildungsverträge sind davon jedoch nicht betroffen. Und da hat es jetzt unterschiedliche Reaktionen gegeben. Also im Prinzip kann man sagen, sind schon alle dafür, so einen Mindestlohn für Azubis einzurichten. Der BDA, also der Arbeitgeber, also sozusagen die obersten Arbeitgeberlobbyisten, sagen, also Betriebe generell würden da wohl nicht überfordert davon. Denn die allermeisten Betriebe zahlten deutlich mehr als diese jetzt geplante Mindestausbildungsvergütung. Das stimmt auch, wie gesagt, habe ich gesagt. Die Handwerkerlobby sagt, vor allen Dingen kleinere Betriebe, vor allen Dingen im Osten, würden leiden. Die könnten sich das nicht leisten und würden tendenziell dann vielleicht eher weniger noch ausbilden. Da habe ich auch Sandra Bauch da im Friseursalon Astoria International nachgefragt, wie sie das sieht. Und sie sagt, hat da keine Angst davor. Das wüsste ich jetzt nicht, ob man das über die Preise wieder reinbekommt. Aber ich sage mal, man will ja auch ausbilden für sich selber, dass man dann halt auch Nachwuchs hat. Und dann irgendwann, wenn die dann ausgelernt haben, dann erarbeiten die das ja dann auch wieder. Und die Handwerkerlobby und die FDP haben so einen zweiten Einwand noch. Und zwar auch sagen sie im Prinzip gut so einen Mindestlohn, aber sie sagen, Löhne sind nicht Sache des Staates. Michael Theurer, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der FDP im Bundestag, formuliert das so. Eine gute Vergütung für Auszubildende ist richtig, aber das muss von den Tarifpartnern verhandelt werden und darf nicht durch staatliche Eingriffe reguliert werden. Ulf, da müssen wir kurz erklären, was sind die Tarifpartner, dieses Tarifsystem. Die Tarifpartner, das muss man sich so vorstellen, dass die Verbände der Arbeitgeber verhandeln mit den Gewerkschaften, also als Vertretungen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und die einigen sich dann auf Tarifverträge, die gelten natürlich auf den ersten Blick erstmal nur zwischen den beiden Gruppen, also Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden. Aber häufig macht sich dann quasi der Gesetzgeber, diese Tarifverträge zu eigen. Also man nennt das die Allgemeinverbindlichkeitserklärung, das heißt also, dann werden diese Tarifverträge in Anführungsstrichen quasi gesetzlich und gelten dann für alle Unternehmen in einer bestimmten Branche. Genau und das klappt im Prinzip auch, also ich habe beim DGB mal angerufen und die sagen, also es gibt fast keinen Betrieb mit Tarifvertrag, der weniger als 515 Euro im ersten Lehrjahr zahlt. Im Bundesdurchschnitt liegt der, 2018 lag der Ausbildungslohn bei 908 Euro, also deutlich über. Das wäre ja okay, ja. Und das Interessante ist, auch nach diesem Gesetz, also selbst mit diesem Mindestlohn, können Betriebe, die einen Tarifvertrag haben, weniger zahlen. Ach, das ist natürlich eine interessante Anreizstruktur, das heißt also, dieser Mindestlohn gilt für alle, aber tarifvertraglich lässt er sich ausschließen. Mit anderen Worten gibt es damit dann wiederum einen starken Anreiz, sich in diesem System von Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften zu engagieren. Genau, denn das große Problem bei diesem Mindestlohn sind, vor allen Dingen die Betriebe, die eben nicht in einem Tarifvertrag gebunden sind. Und das sind interessanterweise die große Mehrheit der Betriebe in Deutschland, die nicht mehr in einem Tarifvertrag hängen, wie zum Beispiel auch diese Leipziger Friseure. Da habe ich bei Verdi in Sachsen, in Leipzig angerufen, die sagen, ja, es gibt aktuell für Friseure und Friseurinnen keinen Tarifvertrag. Und für die heißt das dann, wenn jetzt dieses Gesetz gesetzt wird, dass diese Betriebe, diese Friseurbetriebe, wie zum Beispiel International, der Salon, nicht 200 Euro mehr zahlen pro Monat im ersten Ausbildungsjahr, sondern ab 01.01. dann 515 zahlen müssten. Und deswegen sagt Matthias Anbuth vom DGB, den habe ich mal angerufen, deswegen ist dieser Azubi-Mindestlohn auch so wichtig. Von der Mindestausbildungsvergütung profitieren vor allem Jugendliche, die in nicht tarifgebundenen Betrieben arbeiten. Und das sind nämlich auch eine ganze Menge. Allein in nicht tarifgebundenen Betrieben gibt es über 110.000 Jugendliche, die weniger als 500 Euro im Monat bekommen. Und das wird in Zukunft per Gesetz ausgeschlossen sein. Solche Dumpingvergütung wird es dann nicht mehr geben. Also unter dem Strich muss man sagen, ist eine gute Sache, denn Azubis sind knapp, man braucht mehr Nachwuchs, da muss man ja auch vernünftig bezahlen. Und man kann nicht immer in Sonntagsreden sagen, wir brauchen mehr Ausbildung, wir brauchen gutes Handwerk und dann die Leute nicht vernünftig bezahlen. Insofern ist das gut. Und ich finde diese Kritik, dass das Tarifgefüge schwächt, das stimmt nicht, sondern es stärkt das eher. Ja, wir haben es gesagt, also ohne Tarifvertrag musst du ab 01.01. sofort 515 im ersten Lehrjahr zahlen, wie zum Beispiel in Leipzig. Und wenn du einen Tarifvertrag aber hast, dann kannst du mit zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern zumindest einmal einen Übergang ausverhandeln, weil du ja theoretisch auch erstmal weniger zahlen darfst als diese 515. Ja, also klingt in meinen Ohren zunächst mal auch nach einer ziemlich guten Idee. Wie sieht es denn so im politischen Bereich aus? Da gibt es da sicherlich auch Kritik an diesem Vorhaben. Ja, eigentlich nicht so viel. Also die Union kritisiert diese Tarifgeschichte, also dass der Staat sich aus deren Lohnverhandlungen raushalten soll. Wie gesagt, das denke ich, kann man aus den genannten Gründen beiseite schieben dieses Argument. Also ich finde mal ganz ehrlich, da muss man halt einfach auf das Ergebnis gucken und wenn man als Staat dann sieht, dass offensichtlich, warum auch immer, ja, die Verhandlungen der Tarifparteien oder wenn es keine Tarifparteien gibt, umso schlimmer, einfach dazu führen, dass Menschen mit 200 Euro am Ende des Monats für eine Vollarbeit nach Hause gehen, dann ist einfach irgendwas schief gelaufen. Genau. Muss man einfach sagen, wie es genau dazu kommt, ist im Grunde egal, dann kann man jedenfalls feststellen, diese Autonomie funktioniert nicht. Genau, in dem Fall funktioniert sie dann nicht und da würde ich auch sagen, da ist es gut, Leute, die Vollzeit arbeiten, irgendwie halbwegs vernünftig zu bezahlen, ist ein höheres als so ein bisschen prinzipiell ideologisches Argument, was dann noch nicht mal richtig zieht. Was sagt die FDP dazu? Das haben wir ja gespielt vom Teurer, also die sagt, ja, auch wir finden es gut, mehr Lohn, also so einen Mindestlohn da einzuführen, aber, ach genau, ein Argument war noch, genau, das war noch von der Frau vom Hotel- und Gaststättenverband, also Lobbyisten der Hotel- und Gaststättenbetriebe, die sagt, auch wir, diese hat auch gesagt, ja, Betriebe mit Tarifvertrag sind davon nicht betroffen, aber die fürchten halt, wenn der Staat einen Mindestlohn festlegt, dass sozusagen, wenn das einmal etabliert ist, steht da jetzt 515 und das finden vielleicht auch alle richtig, aber vielleicht ändert sich die Politik irgendwann mal und sagt, der Mindestlohn ist bei 800 oder bei 1000, sodass da sozusagen ein Hebel eingebaut wird für die Politik, um, sagen wir mal, Einfluss aufzuüben auf die Löhne, die weit über das Erträgliche der Wirtschaft hinausgehen. Das ist so das Befürchtete, das ist die Parallele zu dem Mindestlohn, da hat ja die, also dem allgemeinen Mindestlohn, von dem die Azubis ja bis heute ausgenommen sind, diese 9,19 Euro. Ach, der gilt denn, das ist interessant. Ja, genau. Ach, der allgemeine Mindestlohn. Sonst könntest du ja nicht 1,13 Euro zahlen. Davon sind die Azubis halt ausgenommen und da war halt auch immer die Befürchtung, ja, wenn der Mindestlohn kommt, dann geht die Wirtschaft zugrunde, das ist nicht passiert, die Wirtschaft boomt ohne Ende, aber natürlich gibt es immer wieder Diskussionen, diesen Mindestlohn zu erhöhen, zu erhöhen, zu erhöhen. 9,19 Euro, das ist jetzt mittlerweile akzeptiert, aber es gibt ja auch Forderungen, den auf 12 oder 15 Euro zu erhöhen und so eine ähnliche politische Dynamik befürchten Wirtschaftsverbände eben auch für diesen Azubi-Minister. Ja, kann man sich vorstellen. Okay. Na gut, das heißt in anderen Worten, das ist jetzt erstmal vom Kabinett beschlossen, der Bundestag ist als nächster am Zug und wir bleiben da am Ball. Ja, wir kommen zu unserem nächsten Thema, nämlich mal wieder einem Datenschutzthema und zwar gab es da in dieser Woche eine ganze Reihe von Neuigkeiten rund um die sogenannte Passenger Name Records Richtlinie, die betrifft die Vorratsdatenspeicherung von Fluggastdaten. Also da ist ja eine Menge drin, also wenn ich ein Flugticket kaufe, ja, dann wird gespeichert. Mein Name? Ja, also dass die Fluglinie da eine ganze Menge sparen hat, ist ja nicht das Problem. Nein, aber weitergegeben. Genau, diese europäische Passenger Name Records Richtlinie verpflichtet nämlich seit Mai 2018 alle EU-Mitgliedstaaten dazu gesetzliche Regelungen zu treffen, um Passagierdaten von den Fluggesellschaften an die Polizei weiterzugeben. Okay, und darin sind dann enthalten Name, Geburtsdatum, Angaben zu Begleitpersonen, Zahlungsinformationen, also Kreditkarte etc., IP-Adresse, über die das Online-Check-In vorgenommen wurde, Flugzeit, Flugdauer, Buchungsklasse, Gepäckangaben und diverses andere. Genau, das heißt mit anderen Worten, ein ganz detailliertes Bild dieser Flugreise und des Passagiers, auch gerade so Essenspräferenzen, ja, nimmst du Halal-Essen oder nimmst du koscheres Essen, nimmst du vegan oder so, all diese Daten landen nicht nur bei der Fluglinie, die die natürlich verarbeiten muss, damit dein Flug irgendwie stattfinden kann, das ist normal. Die werden schon Polizei geliefert heute? Die werden heute schon an die Polizei geliefert. Und welche Flüge sind betroffen? Davon sind erfasst, unmittelbar Flüge aus und in die EU, das steht in der Richtlinie drin, aber die Mitgliedstaaten der EU haben vereinbart, dass diese Daten auch für innereuropäische Flüge gespeichert werden sollen, also quasi neben der Richtlinie und so wurde diese Richtlinie auch in Deutschland und Österreich umgesetzt, das heißt, es werden also alle Flüge, die in Deutschland starten und landen und in Österreich starten und landen, aber auch in den allermeisten anderen EU-Mitgliedstaaten komplett erhoben und von der Fluglinie in Deutschland an das Bundeskriminalamt weitergeleitet. Okay, und auf diese Daten hat dann wer Zugriff? Ja, also man kann sich zunächst mal schon mal fragen, warum sollen diese Daten überhaupt bei der Polizei landen, aber selbst dort bleiben sie nicht, sondern auf diese Daten haben dann bei der jeweiligen Fluggastdatenzentralstelle Polizeibehörden Zugriff, andere, also nicht nur das BKA, sondern auch andere Polizeibehörden und Geheimdienste und Verfassungsschutz. Und diese Daten dürfen auch nicht nur zur Terrorabwehr genutzt werden, sondern auch für andere Straftaten und sie können in bestimmten Fällen auch mit anderen EU-Ländern oder mit Drittstaaten ausgetauscht werden. Ja, also das BKA kann deine Daten auch nach Venezuela schicken, wenn es dafür bestimmte Gründe gibt und diese Datenspeicherung soll dann auch noch für volle fünf Jahre gelten. Und das ist jetzt schon. Und das ist heute schon in Kraft. Das gilt so. Genau. Das ist praktiziert. Das ist praktiziert. Es läuft, also diese Richtlinie ist glaube ich von 2016 oder 2017. Das System läuft seit August 2018. Und bis Ende März 2019 wurden bereits 1,2 Millionen Passagierdaten ans BKA übermittelt. Und jetzt ist ja wie bei ganz vielen dieser Maßnahmen die Frage, okay ihr macht das, theoretisch kann man das sicherlich irgendwie rechtfertigen, aber rechtfertigt denn dieser Zweck und das was am Ende bei rumkommt, diesen Aufwand und vor allem den Eingriff in diese Datenschutzrechte, was weiß man denn? Ja, da hat die Süddeutsche Zeitung in der vergangenen Woche mal so ein bisschen nachrecherchiert, das beruht allerdings auf einer Anfrage eines Bundestagsabgeordneten der Linken, Herrn Hunko und demzufolge hat dieses Fluggastdatensystem des BKA seit August 2018 bis Ende März 2019 jede Menge Treffer geliefert, nämlich volle 94.098 Treffer. Also Treffer heißt, die haben diese 1,2 Millionen Passagierdaten im Ding, fummeln da nach welchen Kriterien auch immer? Ja, also da gibt es zwei. Oder Dachtsfälle raus? Ja, da gibt es zwei verschiedene Fälle, also heute filtern sie diese Daten nur quasi, indem sie sie mit bestimmten Fahndungslisten abgleichen, also mit Listen von Menschen, die sowieso schon gesucht werden, später soll das noch ausgeweitet werden, aber dazu kommen wir gleich, aber erstmal bei dieses bisherige System schon abgleich mit Fahndungslisten, wie gesagt hat 94.000 Treffer gebracht, davon sind allerdings leider, das ist eine Menge, aber davon sind allerdings die meisten Treffer völlig unbrauchbar, nämlich nach genauerer Prüfung waren dann nur 277.000. Wirkliche Treffer dabei, während es sich in 93.821 Fällen schlicht und ergreifend um ein Fehlurteil der Software handelte, das heißt also auf jede korrekte Verdachtsmeldung kommen mehr als 400 falsche Treffer. Okay, und was macht das BKA jetzt genau damit? Also heute, wie gesagt, ist es ein Abgleich mit Fahndungsdatenbanken, dabei entstehen schon massenhaft falsche Ernahme und diese Daten werden dann genutzt, um Leute aus dem Verkehr zu ziehen, anscheinend an Flughäfen und da kann man sich die Frage stellen, warum muss es dazu eine Zentraldatenbank geben und warum müssen die Daten fünf Jahre auf Halde liegen? Man könnte doch schlicht und ergreifend so arbeiten wie früher auch, dass man nämlich einfach die Daten der Leute, die einchecken für einen Flug aktuell live am Flughafen mit einer Fahndungsdatenbank abgleicht, warum müssen die Daten zum BKA und vor allem fünf Jahre gespeichert werden? Also das versteht man nicht so ganz, aber denkt man erstmal und dann muss man sich überlegen, was das BKA bald mit diesen Daten machen will und dann versteht man auch, wieso diese Datenberge mit einmal gesammelt werden müssen. Also dieser Abgleich mit Fahndungsdatenbanken wäre aus meiner Sicht legitim, dass du halt guckst beim Fliegen, wer wird gesucht, lochst die Leute ein, okay, wir haben so ein riesen Vollzugsdefizit bei Haftbefehlen, es gibt zehntausende von Haftbefehlen, die nicht umgesetzt werden, also da hätte ich persönlich noch Verständnis für. Aber ich rieche Big Data. Genau, das ist nämlich genau der Punkt, Philipp, Big Data ist das Stichwort, das BKA sammelt diese Datenberge nicht etwa für diesen Abgleich, sondern für die sogenannte Mustererkennung, also eine Big Data Anwendung, eine künstliche Intelligenzsoftware soll mit diesen massenhaft anfallenden Passagierdaten gefüttert werden und dann soll diese künstliche Intelligenz irgendwie Gefahren erkennen, was immer das bedeutet, ja. Das ist also bislang so der größte Testfall für das sogenannte Predictive Policing, ja, wo also quasi durch… Vorausschauende Polizeiarbeit. Das ist so die Idee, wo man also versuchen möchte aus riesigen Datenmengen irgendwie herauszufiltern, welche Menschen möglicherweise gefährlich sein können und das Problem dabei ist, dass diese Vorhersagemodelle natürlich äußerst schwierig und grundsätzlich fehlerbehaftet sind, so jedenfalls kritisiert die Süddeutsche Zeitung, man kann das ja sehen, schon heute ist dieser Abgleich mit den Fahndungslisten extrem fehlerbehaftet, was soll da erst passieren bei einer solchen künstlichen Intelligenz, denn das Problem ist ja bei einer künstlichen Intelligenz oder bei selbstlernenden Algorithmen, dass niemand mehr so richtig weiß, nach welchen Regeln diese Algorithmen eigentlich Entscheidungen treffen. Aber wenn es selbstlernend ist, ne? Wenn es selbstlernend ist, weil es gibt natürlich, also Algorithmus ist ja einfach erstmal nur ein schlaues Wort für ein Programm, ja, und da gibt es… Oder für Filter, suche mir ein Ergebnis, was diesen und diesen und diesen und diesen Kriterien entspricht und wirf das aus. Genau, das wäre ja dann, das wäre noch vergleichsweise gut zu kontrollieren, also wenn du dir zum Beispiel am Automaten bei der Deutschen Bahn ein Ticket kaufst, das ist auch ein Algorithmus, ne? Du drückst Tasten und dann macht dieser Algorithmus eben genau das, was idealerweise, wenn er nicht falsch programmiert ist, was mit diesen Tasten verknüpft. Ein Zug, der heute fährt, in die Richtung, da und da hält und nicht mehr als kostet, als sowieso. Genau, und dann klickst du auf den Zug, den du dir aussuchst und dann druckt da irgendwie deine Karte. Das ist auch ein Algorithmus, aber das ist ein Algorithmus, der vergleichsweise deterministisch abläuft, ne? Also wo der Programmierer oder die Programmiererin noch festlegt, wenn Knopf X gedrückt wird, passiert bitte Y. Das sind auch Algorithmen, aber das sind nicht die problematischen Algorithmen. Die wirklich problematischen Algorithmen sind eben, du hast es gesagt, Philipp, die sogenannten Selbstlernenden. Da ist es nämlich so, dass die Programmierer nicht mehr festlegen, nach welchen Regeln der Algorithmus entscheidet, sondern die Programmierer legen nur noch fest und die Programmierenden, die Coder, legen nur noch fest, wie dieser Algorithmus lernt. Das heißt, du hast eine Software, die hat nur Regeln, wie sie lernen soll und dann füttert man die mit großen Datenbergen und dann leitet die Software aus diesen Datenbergen selber Regeln ab. Aber man weiß eben selber nicht mehr, welche Regeln das sind. Und wiedergewichtet wird. Und wiedergewichtet wird, genau, was die Präferenzen sind. Und das Problem dabei ist, dass halt das Bundeskriminalamt jetzt ja nicht irgendwer ist, sondern eine Polizeibehörde. Das heißt also, wenn das Bundeskriminalamt dann eine Software einsetzt, die nach irgendwelchen Regeln arbeitet, die das BKA selber nicht kennt, das ist der Witz eben bei künstlicher Intelligenz, und dann Verdachtsmomente generiert gegen irgendwelche Menschen, dann führt das im Zweifel dazu, dass Menschen nicht mehr fliegen können oder dass Menschen in schlimmsten Fallen sogar eingesperrt werden. Und zwar einfach nur, weil eine Software beim BKA findet, dieser Mensch ist verdächtig. Und das finde ich höchst problematisch. Genau, also der Aufwand ist ja jetzt schon erheblich. 40 Beamte sollen da im Einsatz sein, 24-7, um eben mit der Überprüfung dieser technischen Treffer sich zu beschäftigen. 40 Menschen. 40 Menschen, mehr als 500 Planstellen, nur für dieses System, der Fluggastdaten. Und ist so ein bisschen wie eigentlich wie eine Vorratsdatenspeicherung. Riesen Aufwand, großer Eingriff in Rechte, alle möglichen Rechte, bringt aber nichts im Gegensatz. Ist denn da eigentlich mal was passiert? Also was ist denn mit diesen Leuten, die fälschlicherweise als Verdachtstreffer ausgeworfen wurden? Das weiß man eben letztlich nicht, weil das BKA das nicht dokumentiert. Also das sind eben zehntausende von Leuten, die falsch markiert worden sind. Das BKA erklärt das damit, dass bei manchen Leuten die Geburtsdaten fehlten. Dann hast du quasi einen Michael Müller und da gibt es eben ein paar mehr davon. Und wenn dann ein Michael Müller auf der Fahndungsliste steht, dann werden halt alle Michael Müller erst mal als Verdachtsfeier gemeldet. Das heißt also, das liegt schon auch so ein bisschen an Qualitätsproblemen dieser Software oder an Qualitätsproblemen der Daten. Aber man kann sich bei dem Ganzen eben schon fragen, wozu dieser Riesenaufwand? Jetzt bist du ja Vorsitzender der Gesellschaft für Freiheitsrechte und die klagt. Ja, ganz genau. Also dieses Passenger Name Record System hat sich eben jetzt als sehr problematisch erwiesen. Das sind quasi jetzt so die ersten, wie soll ich sagen, ernüchternden Ergebnisse aus der Praxis. Aber wir sind da schon seit längerem dabei gewesen, eine Klage vorzubereiten oder genau genommen sogar eine Klageserie. Weil wir nämlich den Eindruck gewonnen haben, dass das, was die Europäische Union hier geplant hat und was die Mitgliedstaaten durchgeführt haben, das lässt sich mit der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs nicht so richtig vereinbaren. Der Europäische Gerichtshof hat nämlich schon eine andere PNR-Regelung, also eine andere Regelung zur Speicherung von Passagierdaten für illegal erklärt. Damals ging es um ein geplantes Abkommen mit Kanada, wo alle möglichen Daten übermittelt werden sollten. Aber die Rechtsfragen, die sich da stellen, sind vergleichbar. Und deswegen hat die GFF beschlossen, mit einer Partnerorganisation aus Österreich dagegen vorzugehen. Und sie nutzt dazu zwei rechtliche Wege. Also zum einen hat sie das Bundeskriminalamt als Deutsche Fluggastdatenspeicherzentralstelle verklagt. Damit ist die Daten nicht mehr speichert. Da muss man natürlich sagen, das BKA muss das nach dem Gesetz. Aber das Verwaltungsgericht soll, das ist die Hoffnung der GFF, dieses Verfahren möglichst schnell dem Europäischen Gerichtshof zur Vorabentscheidung vorlegen. Damit dann der EuGH europaweit einheitlich sagen kann, diese PNR-Richtlinie ist nicht okay. Und weil man natürlich nicht sicher sein kann, dass das Verwaltungsgericht das auch tut, hat die GFF außerdem weitere Klagen anhängig gemacht. Um einfach quasi die Chance zu erhöhen, dass sich ein Gericht findet, das diese Vorlage macht. Und zwar sind mehrere Klagen eingereicht worden gegen Fluglinien, damit sie Daten nicht übermitteln. Gilt genau dasselbe, die Fluglinien müssen aufgrund des Gesetzes, aber natürlich nur, wenn das Gesetz nicht mit europäischem Recht kollidiert. Und da ist dann wiederum dieselbe Hoffnung, dass die Zivilgerichte zu der Auffassung kommen, das könnte problematisch sein und den EuGH fragen. Mal schauen, was dabei rauskommt. Mal schauen, was dabei rauskommt. In dieser Woche gab es auch in Berlin den Petersberger Klimadialog und ich wollte das mal kurz zum Anlass nehmen, um mich mir wieder zu beklagen. Dieser Dialog, der ist eigentlich, sagen wir mal, dazu da, damit da sich, glaube ich, 35 Staaten waren zu Gast, um eben diese Ergebnisse der Pariser Klimakonferenz von 2015 zu erörtern und voranzutreiben. Und gleichzeitig hat in dieser Woche das Öko-Institut eine Studie veröffentlicht, wo ja nochmal klar wurde, was wir in der Lage auch schon mal moniert haben. Also, dass es sozusagen einerseits ja den Zertifikatehandel gibt, um CO2-Ausstoß zu begrenzen, also wo in bestimmten Bereichen, vor allen Dingen Industrie, Energie, jede Tonne CO2 eben ein Zertifikat braucht und das muss eben eingekauft werden. Es gibt aber auch sehr viele Bereiche, die eben noch nicht von diesem Zertifikatehandel erfasst sind, wo also CO2-Ausstoß noch keinen Preis hat, wie zum Beispiel Verkehr, Landwirtschaft, Wohnen. Und dafür, das heißt aber nicht, dass die unbegrenzt einfach ausstoßen dürfen, sondern das, was in diesen Bereichen ausgestoßen wird, auch dafür hat es eine Grenze gegeben und Deutschland hat sich da zu einer bestimmten Tonnage sozusagen verpflichtet. Und wenn diese Tonnage, dieser Ausstoß aber überschritten wird, dann muss Deutschland, dann müssen nicht die Unternehmen, aber dann muss Deutschland für diese zusätzlich ausgestoßenen Tonnen CO2 eben Zertifikate kaufen. Und das bedeutet, wenn Deutschland nichts macht oder zu wenig macht und seine Ziele da weit überschreitet, müssen sie viele Tonnen CO2, viele Tonnen CO2-Zertifikate kaufen, müssen dafür dann eben den Tonnenpreis ausgeben, der schwankt und geht tendenziell eher gerade nach oben. Und das kann also viele Milliarden kosten, das hatten wir schon mal gesagt und das Öko-Institut hat jetzt eben nochmal ausgerechnet, dass Deutschland wahrscheinlich viel mehr Tonnen ausstoßen wird, als erlaubt ist. Also zum dritten Mal in Folge, jetzt 2018, also für 2018, zum dritten Mal in Folge hat Deutschland eben mehr CO2 ausgestoßen in diesen Bereichen, die nicht vom Zertifikatehandel erfasst sind, als das ursprünglich das Ziel war. Und bis 2030 wird es wahrscheinlich noch mehr ausstoßen, als ursprünglich das Ziel war. Das bedeutet, weil die Bundesregierung irgendwie nicht aus dem Quark kommt, weil sie mit dem Kohleausstieg nicht vorankommt, weil es kein Klimagesetz gibt, was diese Bereiche jetzt endlich mal reguliert. Und das alles auf Eis liegt und auch beim Petersburger Klimadialog, bei dem Koalitionsausschuss, den es jetzt gegeben hat, wo viele Gesetzesvorhaben angestoßen wurden, nichts passiert. Das sind alles Möglichkeiten, wo man diese Anliegen mal voranbringen kann und es passiert nichts, es passiert zu wenig. Und deswegen ist das nicht nur ein Klimaproblem, sondern das Ding wird auch zu einem Haushaltsproblem. Je nach Schätzung gibt es unterschiedliche Zahlen, wird aber das in die Milliarden gehen, was Deutschland da zahlen muss. Einfach um bei Ländern, die halt gespart haben, die weniger ausstoßen, als sie eigentlich dürften, sich Zertifikate zu kaufen. Und das hatten wir mal angedeutet, aber das scheint jetzt sich über die Jahre zu einem echten Problem zu entwickeln, wenn denn nichts passiert. Und das Interessante, das haben wir auch schon oft vermutet, das kam jetzt im Spiegel hier nochmal, das Problembewusstsein der Leute verschiebt sich. Ja, das muss man ganz ehrlich sagen, also die Bundesregierung wird auf Dauer damit nicht durchkommen. Ich fürchte spätestens, oder man kann es sich in diesem Fall ja fast nur hoffen, dass es also bei der nächsten Bundestagswahl da eine richtige Quittung gibt, weil SPD, aber vor allem natürlich die Unionsparteien mit beiden Füßen auf der Bremse stehen, wenn es um Klimaschutz geht. Und das wird vermutlich eine große Quittung geben bei der nächsten Wahl, denn da haben sich in den letzten Wochen doch ziemlich dramatische Verschiebungen ergeben. Der Anteil derjenigen, die Ausländer, Integration und Flüchtlinge für ein zentrales Problem halten, ist von 39 Prozent der Befragten auf 27 Prozent runtergegangen, also minus 12 Prozentpunkte. Und im gleichen Zeitraum hat sich der Anteil derjenigen mehr als verdoppelt, die Umwelt und Energiewende für ein wichtiges Problem halten. Das ist von Januar 2019. Genau, Januar 2019 auf April, also nur im Vierteljahr, ist der Anteil derjenigen, die eben Umwelt und Energiewende für ein wichtiges Problem halten, von 10 Prozent der Befragten auf 26 Prozent nach oben geschnellt. Mit anderen Worten, da kann man nur eins sagen, die Fridays-for-Future-Bewegung hat ganz offensichtlich es geschafft, ein neues Thema ganz oben auf die Agenda zu setzen. Zumindest mitgeholfen. Das ist hier von Quelle ist Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF Politbarometer veröffentlicht im Spiegel. Also das denke ich auch und das zeigt sich auch bei den jetzt anstehenden EU-Wahlen, da hat es glaube ich auch Umfragen gegeben, die habe ich jetzt nicht genau parat, aber da haben viele auch gesagt, dass Klimapolitik für sie ein ganz zentrales Thema ist. Da kann man sich nur freuen und hoffen, dass die Politik auch die Rufe hört und endlich etwas unternimmt. Endlich etwas tut, ne? Ja, aber wir haben auch etwas bessere Nachrichten noch in dieser Woche, Philipp. Du hast dir nämlich mal eine weitere Initiative der Bundesregierung angeschaut, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, eine bessere soziale Situation für Paketboten hinzubekommen. Genau, das ist auch Frucht dieses Koalitionsausschusses, also Koalitionsausschuss bedeutet, dass sich sozusagen die Spitzen der Koalitionsfraktionen mal treffen und sagen, was wollen wir denn jetzt eigentlich so? Vor allem geht es auch darum, einfach mal Konflikte aufzulösen, denn man muss, ist ja alles kein Geheimnis, also diese große Koalition war ja nun wahrlich keine Liebesheirat, sondern eher ein nochmaliges Zusammenraufen angesichts der Tatsache, dass die Jamaika-Koalitionsverhandlungen gescheitert sind. Und dann gab es eben im Bundestag keine andere Möglichkeit mehr, als dass die Unionsparteien und die SPD es nochmal miteinander versuchen, obwohl eigentlich keiner mehr Bock drauf hatte, so richtig, außer Andrea Nahles wahrscheinlich. Und deswegen gibt es halt einfach dauernd Konflikte und es läuft nicht so richtig rund in der großen Koalition und deswegen braucht man dann so einen Koalitionsausschuss, das ist im Grunde so eine Art Krisengespräch. Ja, das ist, da setzt man sich dann mal zusammen, Gruppentherapie, ja, dann malt man irgendwie Klecksbilder oder interpretiert gemeinsam Klecksbilder und redet drüber, was man so alles Schönes machen möchte in den nächsten Wochen und dieser Koalitionsausschuss, das kann man hier anders sagen, war doch relativ produktiv. Ja, Sie haben so ein paar Sachen, damit sind wir beim Thema Paketboten. Genau, Sie haben so ein paar Sachen, haben Sie sich nicht einigen können, da gehen wir jetzt nicht drauf ein, Soli etc., aber bei den Paketboten, da hat zumindest sich der Ausschuss auf so einen Gesetzentwurf geeinigt, den Hubertus Heil da in den Ring geworfen hat und da geht es im Kern darum. Der ist Minister für Arbeit und Soziales. Da geht es im Kern darum, dass die Arbeitsbedingungen für die Paketbranche oder konkret nicht für die Branche, sondern für die Paketboten besser werden soll. Erkauft wird das Ganze, weil das unter Umständen mit mehr Bürokratie dann auch für die Unternehmen verbunden ist, mit eben dem Versprechen, dass Kosten eingespart werden sollen, dass es für kleinere und mittlere Unternehmen eben Erleichterungen geben soll, damit sie eben an anderer Stelle weniger für Bürokratie ausgeben müssen. Konkret heißt das, Versandunternehmen sollen verpflichtet werden, Sozialbeiträge für säumige Subunternehmer nachzuzahlen. Was bedeutet das in der Praxis? Wir haben es zu tun mit einem großen Versender, nennen wir ihn die AGMBH und der versendet natürlich die Päckchen nicht höchst selbst, sondern teilweise nutzt er die Deutsche Post AG, teilweise aber nutzt er auch andere kleinere Paketdienste. Ja, also es gibt ja die beiden, also es gibt große Anbieter wie DHL und UPS, die haben nicht komplett, aber fast nur festangestellte Fahrer und Fahrerinnen. Und dann gibt es aber Hermes und GLS etc. EPD. EPD, ich will jetzt nicht so viele Namen nennen, weil ich nicht genau weiß, wie weit die alle mit Subunternehmern arbeiten, aber viele außerhalb von DHL und UPS arbeiten halt viel mit Subunternehmen. Also die stellen kleinere Firmen an und beauftragen die eben dann ihre Pakete auszufahren und da ist wohl das Problem, dass diese Subunternehmer sagen wir mal oft ein bisschen zwielichtig sind. Da hat wohl der Zoll, also die Finanzkontrolle Schwarzarbeit, eine Abteilung des Zoll, die eben nach Schwarzarbeit forscht, wohl eine größere Aktion letztlich gestartet und da kam wohl daraus, also es sind viele ausländische Fahrer beschäftigt, das ist erstmal kein Problem, aber sie sind natürlich tendenziell nicht so gut informiert über ihre Rechte. Ja und häufig in einer sozial auch schwierigeren Verhandlungssituation. So, die bekommen also offensichtlich niedrige Löhne, die Subunternehmen zahlen oft keine Sozialbeiträge, Verdi-Chef, also Chef der Gewerkschaft Verdi, Frank Psirske spricht von mafiösen Strukturen, die da teilweise zutage getreten seien, es wurden Stundenlöhne von 4,50 Euro gezahlt, Erinnerung, Mindestlohn ist bei 9,19 Euro, teilweise arbeiten die Leute wohl 12 bis 16 Stunden pro Tag, also by the way, so kann man übrigens auch Mindestlohn unterlaufen, dass du irgendwie auf einen Zettel zahlst du 9,19 Euro, aber die Leute arbeiten halt 16 Stunden. So, dann machen sie halt Überstunden, die nicht angezeigt werden und so sinkt dann der Lohn pro Stunde und es gab wohl erhebliche Belege für massiven Missbrauch, also Schwarzgeldzahlung und Sozialversicherungsbetrug, also dass für die Leute, die da arbeiten, eben keine Abgaben in die Renten- und Krankenversicherung und Pflegekasse eingezahlt wurden. Genau und das Problem dabei ist, dass diese kleinen Subunternehmer dann eben häufig auch für den Staat schlecht greifbar sind, dann sind die schnell pleite, lösen sich auf, werden irgendwie umformiert und so und deswegen, damit also quasi die sozialversicherungsrechtlichen Pflichten auch wirklich effektiv durchgesetzt werden können, soll jetzt eben diese Nachunternehmerhaftung eingeführt werden. Genau und diese Nachunternehmerhaftung, das ist im Prinzip keine furchtbar neue Idee, die gibt es schon, vor allen Dingen Baugewerbe, auch Fleischereien waren es auch, wo sozusagen die Hauptunternehmen verwichtet werden, dafür zu sorgen, dass die Unternehmen, die sie beauftragen mit irgendwas, sich an geltendes Gesetz halten, dass sie die sozusagen überprüfen und darauf verpflichten. Und falls diese Unternehmen das nicht tun, müssen sie eben, muss eben der sozusagen der Hauptauftraggeber dann Sozialabgaben nachzahlen. Also die Paketdienste übrigens weisen diese Vorwürfe zurück, der Bundesverband Pakete und Expresslogistik sagt, Unternehmen verpflichten Subunternehmer, den Mindestlohn zu zahlen und eben auf die Arbeitszeiten zu achten, fein, aber wenn sie es eben nicht tun, dann läuft trotzdem der Staat hinterher. Die Arbeitgeberverbände sagen, der Staat darf die Kontrolle des Mindestlohns nicht auf Unternehmen abwälzen und der Bürokratieaufwand eben, um das durchzusetzen, der sei hoch, aber deswegen hat die Bundesregierung ja gesagt, machen wir für euch Erleichterungen, da ihr mit denen ihr Bürokratiekosten von einer halben Milliarde ungefähr sparen könnt. Also das ist sozusagen der Punkt, in dem da der Industrie entgegengekommen wird. Ich denke, ja, es wird sicherlich riskanter, Subunternehmer einzusetzen, weil du für die haftest. Aber wie gesagt, das gilt im Baugewerbe und in Klopffleischerei auch. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde ganz generell, dass in diesem Bereich vielleicht einfach auch ein bisschen wenig Geld im System ist. Also der Markt der Paketzustellung ist ja liberalisiert worden, ich glaube in den 90er Jahren, seitdem gibt es eben nicht mehr nur die Post, sondern auch ein paar andere Unternehmen. Und letztlich ist das eben ein Markt, wo im Wesentlichen der Preis bestimmt, wen man einsetzt. Denn das ist das große Problem, dass es da nicht so richtig Qualitätsunterschiede gibt. Also aus Sicht des Kunden natürlich schon, nur der Kunde ist ja nicht der Auftraggeber. Das Problem ist, wenn du zum Beispiel bei Amazon jetzt ein Päckchen bestellst, dann kriegt Amazon von dir eine bestimmte Menge an Geld und möchte dafür natürlich das Päckchen so billig wie irgendwie möglich zu dir bekommen. Dass du möglicherweise Frust hast, wenn der Service schlecht ist, das schlägt aber bei Amazon nicht so unmittelbar auf. Du kannst ja als Kunde, der das Päckchen bekommt, kannst du ja nicht bei Amazon sagen, ich möchte die Lieferung gerne mit DHL oder Hermes oder so. Wenn das so wäre, dann gäbe es ja so eine Art Feedback-Schleife, wo schlechte Servicequalität wieder zurückgemeldet wird an Amazon. Das ist aber nicht der Fall. Aus Amazons Sicht gibt es einfach nur den Anreiz, so billig wie irgendwie möglich das Päckchen zu transportieren. Und das ist ein Riesenproblem, weil dieser Preisdruck, den Amazon wiederum auf DHL, Hermes und Co. ausübt, natürlich immer weitergegeben wird. An die Schwächsten. An die Schwächsten. Und das führt dann eben zu teilweise absurd schlechten Arbeitsbedingungen bei diesen Paketboten. Und da würde ich mir generell wünschen, dass da einfach ein bisschen besser reguliert wird, ein bisschen besser kontrolliert wird. Stichwort Mindestlohn, Stichwort Arbeitsbedingungen und insbesondere, dass man die Menschen auch nicht in die Scheinselbstständigkeit zwingt. Oder dass man am Ende so Erfolgsprämien zahlt oder sowas, dass sie nach zugestellten Paket bezahlt werden. Denn wozu das führt, sieht man natürlich immer dann, wenn man jedenfalls in einer Stadt ein Paket sich schicken lässt. Das landet nämlich irgendwo, aber ganz sicher nicht in der eigenen Wohnung. Ja, und ich finde, also, irgendjemand zahlt einen Preis. Ja, das muss der Besteller natürlich sein. Genau, und das können nicht die Leute sein, die irgendwie Arbeit suchen und sich den Arsch aufreißen, sondern da muss der Staat dann halt eine Mindestlinie einziehen. Und die Idee ist ja im Prinzip auch Common Sense, dass es einen Mindestlohn gibt. Die Frage ist, wie setzt man das in verschiedenen Branchen durch, die halt unterschiedlich strukturiert sind. Und da würde ich hier sagen, wenn wir alle ein bisschen mehr für die Pakete zahlen müssen, wenn wir vielleicht auch darauf verzichten, es ist ja teilweise auch schon der Fall, dass wir irrtümlich falsch bestellte Dinge umsonst einfach zurückschicken können, sondern dass das in der Regel eben auch wieder Geld kostet. Das ist ja zum Teil schon wieder so, aber noch nicht immer. Dann ist das okay, weil dann wird es eben einfacher, diese Leute vernünftig zu bezahlen. Ja, also ich denke auch, dass es einfach gut, wenn da mehr reguliert und durchgegriffen wird. Denn genau wie du sagst, Philipp, sonst müssen es immer die Schwächsten ausbaden und das sind die armen Teufel, die dann eben bei den Paketdiensten arbeiten. Und ich finde auch, ich würde also wirklich liebend gern 50 Cent mehr für jede Bestellung bezahlen, ganz ehrlich, wenn ich dafür sicher sein könnte, dass es meinem Zusteller einfach gut geht. Und schön wäre natürlich, wenn der dann auch tatsächlich das Päckchen zu mir bringt. Also ich weiß gar nicht, ich wohne halt relativ weit oben hier bei uns im Haus. Ich weiß gar nicht, wann zuletzt hier ein Paketbote geklingelt hat. Ich glaube, es war 2015 oder so. Also normalerweise landen meine Pakete irgendwo anders. Ich habe Gott sei Dank hier einfach total nette Nachbarn im Haus, unter anderem auch ein paar Büros und so. Also meine Päckchen muss ich praktisch nie von der Post holen. Die sind immer irgendwo im Haus. Die Frage ist nur wo. Das ist ja schon eine luxuriöse Situation. Häufig ist es ja auch so, dass die Päckchen Gott weiß wurden. Ja, also einen Punkt würde ich gerne noch machen. Also so ein bisschen auch Bigger Picture auf die Koalition. Wir haben jetzt oft ja, sagen wir mal, über Lichtblicke berichtet. Ja, also diese Pakete und gut, über die Rente, die ist jetzt auch noch umstritten. Also da hat sich die Koalition ja durchaus mit einigen Projekten, die nicht völlig schwachsinnig sind, zu profilieren versucht. Ich finde nur, dass es halt bei dieser Umverteilung nicht bleiben darf. Also bei allem, was die Koalition macht, geht es eigentlich immer um ein bisschen so soziale Projekte. Aber ja, aber wirklich nur immer so ein bisschen so ein paar Zuckerkrümel umfasst. Das grundsätzliche Problem wird nicht gelöst. Das grundsätzliche Problem wird nicht gelöst. Und auch diese Rente, die Hubertus Hall davor hat, haben wir auch lange darüber geredet. Solidaritätsrente. Da ist jetzt auch umstritten, ob die noch bezahlt werden kann und wenn ja, wie. Ich glaube nur, dass halt da die Koalition zu kurz tritt. Sie kann das alles machen, das ist richtig. Umverteilung und soziale Absicherung ist ein ganz wichtiger Punkt, haben wir oft gesagt. Aber was eben überhaupt nicht passiert ist, Klima haben wir auch darüber gesprochen, aber eben auch diese Investitionen in die Infrastruktur. Das kommt überhaupt nicht voran. Und da finde ich, muss man der Koalition, jetzt haben wir Halbzeit. Ja, so Radewahlen waren im September 17, neuerste Wahlen September 21. Und da würde ich sagen, da muss richtig viel passieren. Passiert aber einfach nicht. Diese GroKo ist, was Infrastrukturinvestitionen angeht, das Einzige, was klappt, ist Straßenbau. Das ging gerade heute rum auf Twitter. Wir haben über die Enteignungsdebatte im Zusammenhang mit Wohnungen gesprochen. Kevin Kühner twitterte so schön diese Woche, 200 Enteignungen für den Straßenbau, ich war es nicht. Ja, das ist nämlich das Einzige, was klappt. Unser Verkehrsminister lässt massiv enteignen, um neue Autobahnen zu bauen. Das klappt, aber ansonsten. Und das ist halt ein Riesenproblem. Gerade hier während der Vorbereitung der Lage habe ich noch telefoniert mit einem Freund von mir, der unterwegs war nach Polen. Wir hatten eine total katastrophale Handyverbindung. Dann brach es kurz ab und danach war das Handygespräch gut. Da war er nämlich in Polen. Und das kann doch nicht wahr sein. Kaum, dass er in Polen ist, kann man mit ihm telefonieren per Handy. Und das ist halt das schöne Grüße an Andy Scheuer und sein Infrastrukturministerium. Aber er ist natürlich nicht alleine schuld. Das ist halt einfach in 20 Jahren total verpennt worden, vernünftige Ausbauziele für den Mobilfunk festzusetzen, damit man auch auf dem Lande noch sprechen kann. Das kann eigentlich nicht wahr sein. Gut, aber das ist ja nur ein Beispiel für die Infrastrukturprojekte. Wir wollen sie jetzt nicht alle aufzählen. Das ist so ein bisschen die Kritik, die ich jetzt zur Halbzeit mal üben würde, weil einem das immer wieder auffällt. Und es klappt. Bei dem Sozialen und so, da sind sie bemüht, da machen sie auch Sachen. Aber da ist so viel Quatsch dabei, auch mit dem Baukindergeld und Pipapo. Da haben wir auch oft drüber geredet. Aber die wirklich, wirklich wichtigen Sachen wie Infrastruktur, Bildung. Bahn. Bahn. Bahn soll jetzt ein bisschen mehr Geld kriegen. Aber das ist alles halbherzig. Da ist keine wirkliche Strategie dahinter. Also ich, das ist total unbequem. Also es fehlt total der Zukunftsplan. Und das muss man ganz ehrlich sagen, da würde man sich einfach mal so ein bisschen Regime-Change in Berlin wünschen. Einfach, dass man einfach eine komplett andere Bundesregierung ans Ruder kommt, die die Dinge so ein bisschen anders anpackt. Das war ja so meine persönliche Hoffnung damals bei Jamaika. Man weiß natürlich nicht ganz genau, wie das geklappt hätte. Drei sehr unterschiedliche Parteien an einem Tisch. Das ist natürlich auch alles nicht einfach. Aber ich bin mal sehr gespannt. Also wir wollen jetzt nicht das ganz große Fass aufmachen, wie steht es um die große Koalition. Aber sagen wir mal so, es verdichten sich ja durchaus die Gerüchte, dass es nicht bis 2021 halten wird. Und dann ist natürlich sehr die Frage, gibt es da Neuwahlen? Oder gibt es nicht möglicherweise auch einfach eine Koalitionsumbildung auf halber Strecke? Stichwort wird AKK zur Kanzlerin gewählt von einer Jamaika-Koalition. Also in Berlin hört man immer mehr, gerade auch so in Journalistenkreisen, vorsichtige Spekulationen, ob nicht einfach eine Regierungsumbildung so aussehen könnte, dass Angela Merkel abtritt, AKK Kanzlerin wird und das aber eben mit einer neuen Koalition. Genau, sie muss ja gewählt werden. Sie müsste gewählt werden und dazu würde aber natürlich eine Jamaika-Koalition auch reichen. Also entweder könnte die SPD mitmachen bei dem Austausch von AKK gegen Merkel. Umgekehrt. Oder Merkel, AKK, wie immer man es formulieren will. Oder die Union könnte sich einfach, oder die beiden Unionsparteien könnten sich einfach zwei neue Koalitionspartner suchen, nämlich Grüne und FDP. Aber wie gesagt, das sind natürlich alles Spekulationen. Wir haben da jetzt keine, wie soll ich sagen, keine klaren Belege, dass es solche Gespräche gibt. Auffällig ist allerdings nur, dass eben so in Journalistenkreisen in Berlin immer mehr darüber spekuliert wird. Und klar, das kann auch alles Quatsch sein, aber ich habe das inzwischen so oft gehört, dass ich mich frage, ob es da nicht offensichtlich hinter den Kulissen doch solche Sondierungen gibt. Würde uns auch sehr interessieren. Wir wissen ja, wir werden viel gehört im Bundestag bei den Fraktionsmitarbeiter und so. Wenn ihr da was wisst, würde uns das sehr interessieren, ob das wirklich nur Gerüchte sind oder ob es solche Sondierungen gibt. Das müssen wir ja auch nicht direkt weitererzählen, aber es würde uns wirklich trotzdem interessieren. In diesem Sinne würde ich sagen, die Lage ist umfassend erörtert. Wir haben nur noch ganz kleine Ergänzungen zur letzten Folge, nämlich so, wirklich nur ein Kleinkram. Die Stichwort 5% Hürde bei der Europawahl gibt es nicht, hatten wir gesagt. Wir hatten von einer Hürde von etwa 0,5% gesprochen. Da sind wir darauf hingewiesen worden, dass das keine gesetzliche Hürde ist. Ja, natürlich, richtig, wollten wir auch nie anders behauptet haben. Aber man braucht eben so etwa 0,5 bis 0,6% der Stimmen für ein Mandat, weil es eben keine Hürde gibt, gibt es nur die praktische Schwelle, dass man natürlich so viele Stimmen haben muss, dass man reinkommt. Und da liegt die Schwelle bei 0,5 bis 0,6%. Und das zweite Stichwort Beschwerdestellen für sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche. Genau, da kam der Hinweis, das habe ich jetzt nicht nochmal überprüft, aber hat es eine gewisse Plausibilität. Da war ja die Meldung, dass der Papst interne Beschwerdestellen mehr oder weniger vorgeschrieben hat. Weltweit. Weltweit, dass das aber in Deutschland wohl zumindest in einigen Schrägstrich vielen Bistümern schon der Fall ist, dass es die wohl gibt. Ja, das heißt, die Relevanz dieser päpstlichen Anordnung wäre dann eher Ausland. Ausland und in Deutschland kann man sich fragen, ist das jetzt ein gutes Beispiel dafür, dass diese Beschwerdestellen funktionieren? Fragezeichen. Oder eher nicht? Das lassen wir mal so stehen. In diesem Sinne, jetzt allerdings ist die Lage Nation abschließend und umfassend erörtert. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Mir hat es jedenfalls großen Spaß gemacht, mit euch oder für euch mit Philipp zu diskutieren. So muss man ja sagen. So muss man sagen. Mit euch diskutieren. Ja, aber ihr seid immer mit dabei, das ist ja das Ding. Ja klar, über die Kommentare. Also über die Kommentare, aber ich finde hier auch am Tisch, also das ist ja, wir unterhalten uns. Man hat das so vor Augen irgendwie. Genau, aber wir, weiß ja auch nicht, ihr sitzt da immer mit hin und denkt so, okay, Koalitionsausschuss. Was ist denn das? Kommt man ja nochmal, weiß vielleicht nicht, jeder kann man ja nochmal erklären. Also insofern sitzt ihr immer mit dabei. Auch vielen Dank für diese ganzen Kommentare, die ihr euch immer bemüht zu schreiben. Genau, auf lagedernation.org kann man unsere Sendung kommentieren. Das machen pro Woche über 100 Leute und das finde ich auch toll. Manchmal sind es auch 200 Kommentare. Also Kommentare per E-Mail ist nicht so günstig. Was schön sind, sind Artikelhinweise auf Twitter. Das finde ich immer eine wichtige Sache, damit wir wirklich nichts vergessen, damit die wirklich wichtigen Sachen uns nicht durchrutschen und so. Das hatte ich jetzt schon ein, zwei Mal, dass auf Twitter irgendein Hinweis kam und ich dachte, oh Backe, stimmt. Ja, spannend, wichtig. Genau, aber ansonsten Feedback zur Sendung, wenn es irgendwie geht, direkt in den Kommentaren, denn wir können nicht auf individuelle E-Mails eingehen. Dazu sind es einfach zu viele. Aber wir freuen uns, wie gesagt, sehr über Kommentare auf lagedernation.org und wer mit uns live diskutieren möchte, ist herzlich eingeladen in Konstanz, nächsten Samstag, 8 Uhr abends im Bodensee-Forum. Tickets auf lage.live. Und somit würde ich sagen, winke, winke, macht's gut, bis nächste Woche. Ciao. Tschüss. Tschüss.